Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 18. August 2019. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ja, es ist lange her. Ich muss jetzt direkt nochmal nachgucken, wann wir denn unsere letzte Episode veröffentlicht haben. Aber es ist auf alle Fälle länger als vier Wochen her, am 7.7. Also über einen Monat schon. Oh mein Gott. Ja, wir wollen uns jetzt glaube ich gar nicht lange darüber auslassen, wieso, weshalb, warum. Aber ich glaube, es war immer wieder im Wesentlichen so, dass uns nichts gereizt hat. Ins Kino zu gehen, ja genau. Anzugucken. Aber es hat sich ein Film gefunden. Ja. Und welcher war das? Und zwar das neueste Werk von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Der neunteste Film von Quentin Tarantino. Aber es wurde gar nicht angezeigt, weil sonst ist das doch immer am Anfang. Wird doch immer vorm Titel, oder? Echt? Ja. Zumindest auf den Plakaten steht es wieder drauf. Dass jeder weiß, dass das jetzt der neunte Film von Quentin Tarantino ist. Nicht der siebte, nein, auch nicht der zehnte, der neunte Film von Quentin Tarantino. Ja, und anscheinend nach dem zehnten hört er endlich auf. Das klingt jetzt so negativ. Ja, ich will er nicht vorgreifen. Ich dachte, bevor wir jetzt ins Detail gehen und uns Fakten zu Once Upon a Time in Hollywood anhören, würde ich gerne unseren HörerInnen einen kleinen Einblick über unser Verhältnis quasi zu Quentin Tarantinos Filmen geben. Also so, ja, und halt auch so ein bisschen seine Filmografie mal so abklappern. Und ja, dass wir halt auch mal so ein bisschen unsere Meinung oder unser Verhältnis zu den einzelnen Filmen kundtun, damit ihr da draußen quasi so ein bisschen besser einordnen, also unsere Meinung zu seinen Filmen besser einordnen könnt. Und vielleicht auch die Meinung zu Once Upon a Time in Hollywood. Und losgehen tut seine Filmografie, ja, in den 90ern. Und zwar war das 1992 mit Reservoir Dogs. Und ja, 1992, da war ich süße 16 Jahre alt. Und da war für mich natürlich Reservoir Dogs ein verdammt cooler Film. Wobei ich zugeben muss, dass ich Reservoir Dogs nicht als erstes gesehen habe. Ich auch nicht. Also ich habe den auch damals nicht im Kino gesehen. Und ich glaube, Reservoir Dogs ist von seinen Filmen einer der Filme, wo ich, ähm, weißt du noch, ich habe dir doch mal diese Box geschenkt. Ja. Da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ach so. Ja. Ich fand... Irgendwie ist der die ganze Zeit so, weiß ich nicht, habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Der erste Film, wo ich von ihm gesehen habe, war Pulp Fiction. Und den habe ich damals auch im Kino gesehen. Ich fand Reservoir Dogs, ähm, großartig. Ich finde, dass der, dass der, das ist schon so, so ein typischer, obwohl es sein Erstling ist, äh, so ein typischer Tarantino-Film ist. Mhm. In seiner Machart und coole Dialoge, blutig, war halt auch so in diesem Gangster-Milieu. Ja. Und, ähm, ich mochte den sehr, aber natürlich für mich immer noch unangefochten. Äh, zwei Jahre später, 1994, war ich süße, 18 Jahre alt, äh, folgte Pulp Fiction. Und, äh, das, der hat mich damals wirklich, wirklich nachhaltig beeindruckt. Ja, also mich auch. Und ich war süße, 19. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich Pulp Fiction zwischenzeitlich gesehen habe. Ich habe ihn auch, also im Kino damals, weiß ich noch, ich habe ihn zweimal gesehen. Ich könnte ja gar nicht mehr sagen, ob ich den überhaupt im Kino gesehen habe. Also ich schon, ich weiß das genau. Und, äh, also das war damals wirklich so mindfucking. Also, weil du hast bis dato sowas noch nicht gesehen. Und vor allem halt, das war so, oh mein Gott, habe ich das jetzt überhaupt gesehen? Also, traut sich jemand sowas auf der Leinwand zu zeigen? Und das war so in, so grenzensprengend in so vielerlei Hinsicht damals. Also fand ich, also für meine damaligen Sehgewohnheiten, das war schon, absoluter Wahnsinn. Naja, sag mal, was Pulp Fiction ja auszeichnete und auszeichnet bis zum heutigen Tag, ist natürlich einmal diese ungewöhnliche Erzählstruktur, die Tarantino ja mehr oder minder als sein Markenzeichen bis heute beibehalten hat. Die Dialoge, die zumindest so klingen, als hätte sie jemandem abgeschaut. Mhm. Also das klingt authentisch. Ich bin jetzt natürlich selbst nicht im Gangstermilieu groß geworden, aber... So muss es sein. Aber so stelle ich mir das vor. Und natürlich, was auch so ein Markenzeichen für ihn ist, finde ich, das sind diese What-the-Fuck-Momente. Also wo die Figuren einfach in Situationen geraten, wo du, wie du schon sagst, denkst du, das habe ich jetzt nicht gesehen oder das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Und natürlich auch, damals allerdings noch nicht so exzessiv, fand ich, sind immer wieder mal so Gewalterruptionen in seinen Filmen. Ja, doch, doch. Ja. Nicht so krass wie heute. Ja. Also weil der Gewaltpegel ist schon gestiegen. Also es gab, es gibt Gewalt, es gibt Blut in Pulp Fiction, aber wie ich finde halt jetzt nicht so over the top, wie man es aus anderen Filmen kennt. Ja, und auch aus seinen Filmen. Genau, aus seinen Filmen, ja. Also, genau. Wir reden ja über ihn, genau. Aber wie gesagt, das ist, für mich hatte und hat Pulp Fiction immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Ich habe den erst kürzlich vor ein paar Wochen auf Dienstreise alleine im Hotel. Ohne mich. Auf einem Mini-Laptop-Bildschirm habe ich mir den nochmals angeguckt und musste wieder einmal anerkennen, wie großartig dieser Film ist und auch nach all dieser Zeit noch nichts an seinem Reiz verloren hat. Ja. Der ist wirklich zeitlos. Der ist zeitlos, ja, vor allem weil er halt nicht mit Popkultur spielt, sondern halt einfach, ja, für sich allein so steht und diese Geschichte erzählt von ineinander verwobenen Erzählsträngen und ja, grandios. Ich denke, es ist nicht untertrieben, wenn man sagt, dass wir beide, also dass Pulp Fiction mit zu einem unserer Lieblingsfilme gehört. Ja, aber er hat ja später dann noch andere Filme gemacht, die mir dann im Nachhinein mehr liegen. Okay, mir nicht. Aber gut, weil bei Pulp Fiction jeder, wir haben sogar ein Poster von Jules und… Ja, das war es sogar von mir. Von Jules und, wie heißen die? Vincent und Jules. Vincent und Jules über unserem Fernseher hängen in Schwarz-Weiß. Ja, die obligatorische. Genau, das obligatorische Pulp Fiction Poster. Genau. Ich hatte jahrelang das Cover als Poster, das ist ja auch so ein Groschen-Roman. Ja, Pulp Fiction ist ja im Prinzip so ein, also Pulp-Romane sind ja so ein, ja so Schund-Romane halt einfach, so ist ja dieses Cover. Ja, also große Fans von Pulp Fiction, Pulp Fiction. Und er hat sich drei Jahre zeigen lassen, 1997 folgt er noch Jackie Brown. Und da muss ich, ich weiß, wie gern du den magst, vor allen Dingen, weil er ja eine relativ, ja, eine starke Frau als Zentrum hat, hatte ich schon so ein bisschen ein Problem mit. Also bei der ersten Sichtung war ich enttäuscht, das weiß ich noch. Ja, okay. Ich fand ihn cool, weil vor allem, ich mochte, also ich mag immer noch, also der Soundtrack ist einer seiner besten Zusammenstellungen. Oh, das haben wir ganz vergessen. Auch eines seiner Markenzeichen. Ja, genau, seine Soundtracks, weil er halt ein fundiertes Musikwissen hat. Er kennt halt jeden Scheiß auf guter Zeit. Ja, er kennt wirklich jeden Scheiß. Und schafft es halt wie kein anderer Musik in die Filme einfließen zu lassen und so mit ihnen halt, also quasi Musik ist ja eigentlich nochmal so einer der Hauptdarsteller, kann man schon so sagen. Und die Soundtracks sind eigentlich immer großartig. Eigentlich immer großartig. Also bei Pulp Fiction, bei Jackie Brown, Kill Bill. Also selbst für den Filmen, die ich nicht so mochte. A Reservoir Dogs auch. Ja, auch super. Auch super, genau. Und meine Glorious Bastards da, das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem... Jungle Unchained war auch super Soundtrack. Du greifst unsere Filmografie voraus. Entschuldigung, ich, ich, dann. Also Jackie Brown, mochtest du nicht so. Warst du enttäuscht? Ja. Also mittlerweile, mittlerweile habe ich so meinen Frieden damit geschlossen und nach wiederholter Sichtung mochte ich den auch mehr. Und ich kann dir da nicht mal den Finger drauflegen, um zu sagen, was mir an dem Film jetzt nicht so gut gefällt, weil es ist halt wieder mal ein typischer Tarantino, wenn auch erst sein Dritter, der aber genauso parallel in Erzählstrengen, skurrilen Situationen, Gangster-Milieu wieder... Ja, ist halt einfach nicht so mein Thema gewesen, glaube ich. Keine Ahnung warum. Dann folgte 2003, 2004, Kill Bill. Ja, und das sind meine absoluten Lieblingsfilme. Also da ist halt, das ist halt einfach diese Mischung aus Eastern und Western, weil das sind genau die zwei. Und das ist halt voll meine Liga und das hat halt voll meinen Geschmack getroffen. Und auch die Figur, das ist halt auch meine Lieblingsfigur einfach von ihm. Und das ist, finde ich, die stärkste Frauenfigur, die er halt geschaffen hat. Und nach dem Film, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat er dann eigentlich komplett damit aufgehört. Also dann waren Frauen, also eigentlich, ja, waren schon auch mit dabei und sie haben die eine oder andere Rolle auch gespielt, aber vielleicht habe ich das jetzt alles noch... Es war halt einfach, ja, halt einfach... Für mich sind es einfach meine Lieblingsfilme. Ja, bei mir hat, mit Kill Bill hat so mein Verhältnis zu Tarantino-Filmen stark gelitten. Und da begann so, also mein eher schwieriges Verhältnis zu seinen Filmen, das begann mit Kill Bill. Also ich weiß, ich weiß nicht warum, weil auch Kill Bill im Grunde ein Tarantino-Film in Reinkultur ist. Ich fand allerdings diese Zweiteilung so ein bisschen ätzend, das weiß ich noch. Ich fand, dass vor allen Dingen, also dass Therese eine Länge, also wirkliche Längen hatte. Also beide hatten wirkliche Längen. Weiß immer noch nicht, ob es dem Film gut getan hat, den so zu ziehen. Aber gut, das war halt die Studieentscheidung. Ich glaube, wenn es nach ihm gegangen wäre, wären es drei geworden. Wieso drei? Wie dem auch sei, ich weiß nicht mehr warum, aber ich war auch... Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich nach dem ersten Kill Bill einfach auch furchtbar enttäuscht war. Und ich weiß, es wurde nicht besser. Also von Film zu Film. Ich habe, glaube ich, immer so dieses Hoch gesucht, das ich halt mit Pulp Fiction hatte. Und ich habe gesagt, ich konnte diesen Film passagenweise auswendig. So oft hatte ich ihn gesehen und ich habe ihn vergöttert. Und irgendwie habe ich das nämlich nicht mehr bekommen. Warum auch immer. Vielleicht mochte ich Pulp Fiction aus den falschen Gründen, sofern es die auch gibt. Genauso wie es ja Leute gibt, die, was weiß ich zum Beispiel, N. Night Shyamalan's Sixth Sense mochten und danach halt immer auf der Suche nach dem großen Kick am Ende waren und dann halt immer wieder enttäuscht wurden. Wo wir dann ja auch sagen, das macht aber nicht seine Filme aus. So, glaube ich, geht es mir mit Tarantino, wo ich dann halt merke, okay, irgendwas hat mich an Pulp Fiction so dermaßen gereizt und fasziniert, dass ich so in der Form nicht wiedergefunden habe mit seinen Filmen. Und mit Kill Bill ging es mir ähnlich. Auch hier, du hast mir ja mal die Box geschenkt bis, ich glaube, Inglourious Bustards ist noch drin, oder? Ja, Hateful Eight nicht mehr. Django Unchained auch nicht, glaube ich, oder doch? Ich glaube schon, oder? So eine Tarantino-Box. Ich habe mittlerweile mit allen Filmen bis dato eigentlich so meinen Frieden geschlossen, außer Hateful Eight. Ja, aber das ist, genau. Da kommen wir noch zu. Ja, ja. Aber auch hier, niemals würde ich da so in diesen Lobpreis verfallen, wie es damals bei Pulp Fiction war. Vielleicht war es einfach, es gibt halt immer so bestimmte Filme zu einer gewissen Zeit in deinem Leben, die dich einfach so mitreißen, wo du vielleicht hinterher gar nicht mehr so richtig... Also Kill Bill ist halt für mich, ich weiß nicht, also auch mit die ganzen Kampfszenen und das ist halt so perfekt choreografiert und egal, ob im ersten oder im zweiten, auch dann das Thema und dann gerade so diese, im zweiten Teil diese Verbeugung auch vor den Spaghetti-Western und auch die Musik, weil der auch sehr viel, er liebt ja auch Ennio Morricone, hat ja auch in vielen Filmen immer wieder seine Musik laufen lassen und auch da, und da gibt es halt so viele Momente, wo ich halt an, wo bei mir halt auch, also Kindheitserinnerungen halt erst greifen, wo ich, weil mein Vater hat halt auch viele von diesen Filmen halt auch geschaut, diese, also alles von Sergio Leone, die ganzen Spaghetti-Western und das ist halt auch so ein Stück so mein Background und den hat er halt voll getroffen. Ich meine natürlich, also so, ich habe den jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, ich habe jetzt echt Bock mal wieder die anzuschauen, beide. Ich kann, also mit den Längen, das kann ich jetzt gar nicht so gefühlt, würde ich sagen, nein, finde ich jetzt weniger. Ich mochte halt auch dann die Auflösung und anscheinend haben sie auch überlegt, das Ganze nochmal weiterzuführen. Ja, ich fand auch die Zweiteilung nicht so schlimm. Ich meine, man hat ja auch etliche Herr der Ringe und Harry Potter hat man ja auch überlebt und auch Matrix, wo über mehrere, da hätten sie keine drei Filme machen sollen. Ja, aber das war kein so grober Cut wie bei Kippel. Ja, ich weiß schon, weil das war, ich glaube sogar mit offenem Ende und so und genau. Ja, also wie gesagt, es ist, die zwei sind meine Lieblingsfilme von ihm und da verzeihe ich ihm einiges bis auf einen. Und da ist halt, da ist so grenzenloser Hass, aber da kommen wir gleich dazu. Ja, aber wie gesagt, es ist mittlerweile so, dass ich meine Enttäuschung überwunden habe und die Filme als solches gucken kann und auch für gut befinde. Ja, letztendlich mag ich seinen Stil ja auch. Also ich mag nicht über alle seine Geschichten, das ist nicht, aber ich mag halt seinen Stil, wie er Dinge filmt und schreibt. Da muss man ihm einfach anerkennen, dass er als Regisseur auch einfach was drauf hat. Punkt, ja. Und das kann man jetzt, also wie gesagt, von den Geschichten kann man halten, was man will, aber technisch sind die immer einwandfrei und kann man gucken. Ja, aber es folgte dann 2007, also irgendwie so alle drei, naja, zwischen Jackie Brown und Kill Bill verging viel Zeit, da waren sechs Jahre dazwischen und von 2004 auf 2007 waren es dann nur noch drei, da kam dann Death Proof. Oh, den verdränge ich immer. Genau, und das ist ja auch so ein Ding, den ich, ich könnte ja nicht mal mehr sagen, um was es geht. Ich weiß nur, dass Kurt Russell mitspielt und dass er da, dass Frauenfüße eine Rolle spielen. Ja, er hat ja auch hier bei, also das ist jetzt kein Spoiler, er hat einfach einen Fußfetisch und auch bei Once Upon a Time in Hollywood hat er den sehr, da scheißt er sich nichts mehr, den gibt er offen zu, da wirst du ihn von Füßen erschlagen, fast schon. Und ich bin ja nicht so ein Fan von Füßen und für mich war es wirklich so, mach die Füße weg. Und ja, auf jeden Fall, wo waren wir Death Proof? Ja, da wurde ich dann auch wieder dran erinnert. Ich meine, jeder, wo das Casting sich so ein bisschen angeschaut hat, weiß vielleicht, dass eine gewisse Person da mitspielt und die spielt auch bei Death Proof eine tragende Rolle. Und bis auf, jetzt komme ich auf ihren Namen nicht, eine der Hauptfiguren von den Mädels. Rosario Dawson. Genau, und die reißt halt voll raus, alle anderen kannst du, finde ich jetzt auch wieder so, naja, mal, ja, nicht so. Ja, ich weiß nicht, also Death Proof ist zum Beispiel so ein Film, den hätte er sich einfach sparen können. Aber das war doch, war doch schon Teil dieses komischen Grindhouse, Double Features mit Robert Rodriguez. Mit seinem Planet Terror. Und seinem Planet Terror, genau. Und wenn du die in Kombination zusammen anschaust, dann funktioniert es. Aber im Einzelnen funktioniert es nicht. Da funktioniert lustigerweise nur Planet Terror. Aber so, weil Death Proof einfach, der ist storymäßig so schwach, weil da geht es ja einfach nur so um vier Chicks, die irgendwie Party machen. Und dann treffen sie auf diesen abgehalfterten Stuntman, der dann irgendwie die mit, und sein Fetisch ist halt, Frauen mit Autos umzubringen. Und dann treffen die halt auf den und dann passiert halt auch was und dann jagen sie ihn und quack, quack, quack. Ich habe den auch gesehen als Teil dieser Sammlung und ich weiß nur noch, dass ich kaum mehr Erinnerungen daran habe. Ja, weil die Story ist halt einfach schwach. Der ist aber auch, glaube ich, einer der untypischsten Tarantino-Filme in der ganzen Reihe, oder? Ist das täuschtig jetzt da? Nein, ich finde eigentlich schon, aber ist so, ja, genau. Es folgen, zwei Jahre später folgt Inglourious Basterds. Und das war, glaube ich, dann der erste Tarantino, mit dem ich auf Anhieb zumindest Spaß hatte. Also Spaß ist jetzt so ein bisschen in Anbetracht des Themas und der Gewaltorgien, die da stattfinden, ist es wahrscheinlich jetzt so ein bisschen übertrieben, da Spaß zu finden. Er hat mich sehr gut unterhalten. Und weiß nicht, ob es jetzt am grandiosen Brad Pitt lag, am grandiosen Christoph Waltz, der ja, glaube ich, für einen Oscar nominiert hat und nicht bekommen sogar für die Rolle. Er hat den bekommen, ja. Er hat den bekommen, beste Nebenrolle, der zwar seither immer diese Rolle spielt, aber damals wusste man das ja noch nicht. Genau. Und damals war es großartig, als dieser Lanza, als dieser Nazi-Widerstandsjäger. Großartig. Großartig, also diese eine Szene. Lanza ist ja der Nazi und der Aldo Rand ist ja der Brad Pitt. Genau, und also diese eine Szene, wo er da bei diesem einem Partisanen da oder so zu Gast ist und an dem Tisch sitzt. Und Milch trinkt. Und Milch trinkt und eigentlich, ja, der hat immer so ein Lächeln auf dem Gesicht, aber diese Bedrohung, die der da ausstrahlt, die ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Großartige Szene. Wirklich auch einer seiner besseren Filme. Ich glaube, das Einzige, wo so ein bisschen, ja, da hat er es wieder mit der Gewalt schon ein bisschen auch übertrieben. Ja, das ist schon krass. Also diese Nazi-Jäger. Ja, wie sie da halt die Nazis dreschen. Ich glaube, wenn er da ein bisschen das runtergeschraubt hätte und da scheißt er sich halt einfach nichts, jetzt sowieso nicht mehr, ich glaube, dann hätte das schon auch echt ein Meisterwerk werden können, weil, ja, der Film ist schon besser wie sein Ruf und, ja, aber irgendwie animiert er einen trotzdem nicht so, jetzt könnte man mal wieder schauen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber gefühlt und meiner Erinnerung nach zählt er zu dem Besseren. Ja, auf jeden Fall. Ist er ja auch. Allein wegen Brad Pitt, weil das ist so eine coole Sound. Ja. Und das, was ich auch nicht so toll finde, ich mag den einfach nicht. Ich mag den Typ nicht. Und das ist einfach wegen den Filmen, die er halt auch macht. Das ist dieser, der, wo Hostel macht. Eli Roth. Ne. Den mag, die Type mag ich echt nicht. Und das mit, ich habe Hostel gesehen und den, das ist so eklig. Das ist wirklich nur eine scheiß Gewalt auch hier. Und deswegen, also wenn jemand solche Filme macht, ganz im Ernst, also. Ne. Okay, dann. Drei Jahre später, 2012, Wölf, Django Unchained. Den mochte ich auch. Auch der, ja, ist, liegt da auch wieder am grandiosen, ähm, DiCaprio. Mhm. Der diese Rolle einfach komplett vereinnahmt. Mhm. Also der spielt diesen, diesen Großgrundbesitzer da mit Gusto. Also das ist fantastisch. Spielt ja Jamie Fox, äh, spielt ja den Django. Ja, genau. Ähm, ja, auch hier spielt der Christoph Waltz wieder eine Rolle. Ich, auch den mochte ich. Also ist für mich so en par quasi mit, ähm, Inglouris Bastard. Ja. Äh, und es folgte dann drei Jahre später, wieder mal 2015, äh, The Hateful Eight. Und das ist der Hateful Film. Das ist so, mein Gott, den wir beide, mit dem wir beide überhaupt nicht klarkommen. Und das ist wirklich, ich hab's echt sogar ahnt. Ich weiß noch, damals, wir sitzen im Kino und es kommt der Trailer und ich denk nur so, bläh, was ist das für eine Scheiße? Und wir haben den damals, und das ist eigentlich, der ist ja in, ähm, 70 Millimeter. Genau, und das ist ein Film, den musst du ja eigentlich im Kino schon sehen, allein wegen der Kamera. Cinema Scope-Format, ja. Und, ähm, ja. Was ja wiederum so eine Hommage an diese ganzen alten Spaghetti. Ja, und das ist eigentlich, für mich ist das so wenig Spaghetti, wie es nur Spaghetti sein kann. Deswegen hat mich das so gewundert, warum dich das wenig anspricht, weil du ja eigentlich schon so ein Western, Spaghetti-Western-Fan bist. Ja, prinzipiell mag ich Western und auch gerade Spaghetti-Western. Und, ähm, ja, weil, wahrscheinlich, weil er im Schnee spielt. Keine Ahnung. Da ist zu wenig, das ist, ähm, keine Ahnung, jetzt fällt mir kein, außer Eis fällt mir jetzt kein Gericht ein, aber das ist nichts, das hat nichts mit Spaghetti zu tun. Also, und auch das Casting schon wieder, das sind immer dieselben Fressen. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen nervt. Und dann die Ober. Ja, du hast halt deinen, deinen obligatorischen, äh. Ja, der Kurt Russell muss ja immer irgendwie dabei sein. Dann Samuel L. Jackson, ich mag ihn, aber der muss auch immer irgendwie dabei sein. Er war jetzt bei Once Upon a Time in Hollywood, aber nicht dabei. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie gesagt, so, ja, komm Quentin, lass mal gut sein. Und sein, äh, seit, seit, äh, Reservoir Dogs immer dabei ist, wie heißt er? Tim Roth? Nein. Der, doch, aber auch Tim Roth. Ne, der war jetzt aber auch nicht, der war, der war jetzt da auch nicht dabei. Ja, aber der, der war, der jetzt dabei war, der jetzt in jedem Film dabei war, glaube ich, war doch der, ähm, Michael Madsen. Michael Madsen, ja. Bäh. Genau. Das ist auch so. Ich weiß nicht, das finde ich jetzt auch kein grandioser Schauspieler. Nein, aber den nimmt er doch immer mit. Ja, den. Und wenn er nur kurz mal eine Nebenrolle hat. Und das ist ja der Narrator in, in Once Upon a Time. Sehr. Mh, ja? Ja. Ist das der? Ja, den siehst du einmal auch kurz, aber von der Erzähler. Der Erzähler, genau. Echt, das ist der Erzähler? Ja, weil seine Synchro-Stimme ist die Stimme von Michael Madsen. Okay, ist mir nicht aufgefallen, siehst du? Nein. Also würde ich jetzt mal, ich kann mich auch irren. Also wenn ich mich irre, schreibt es in die Kommentare. Jedenfalls, der Hateful Eight war ja schon irgendwie so eine Rückkehr zu... Zu was? Ne, es hat mich, es hat mich stark an Reservoir Dogs erinnert, das war auch mehr so ein Kammer-Spiel, mehr so in einem Raum und wer ist gut, wer ist böse. Gibt ja auch genug Leute, die den mochten. Ich mochte ihn nicht. Ich fand den... Ja, wir haben ihn ja dann später irgendwann mal... Viel, viel später. Viel, viel später. Was ja auch schon Bände spricht. Ja, auf einmal so ein Prime, haben wir ihn mal angeschaut, haben wir gesagt, okay, let's... Spricht aber auch schon Bände. Ja. Wenn wir einen Tarantino-Film einfach überhaupt keine Beachtung schenken. Wir haben ihn jeden gesehen, gell? Ja. Aber das ist auch irgendwie... Ich würde ihn trotzdem nicht zu meinen Lieblingsregisseuren zählen. Tarantino, nein. Nein. Also da... Wir haben jeden Film gesehen, aber... Ich hätte ihn Mitte der 90er, hätte ich... Jetzt gesagt ja. Hätte ich gesagt, jawohl, Tarantino ist Kultregisseur, bla. Aber mittlerweile bin ich weit davon entfernt, ihn als meinen Lieblingsregisseur zu bezeichnen. Da gibt es bessere, andere und bessere. Ja. Er hat, wie ich schon sagte, er hat einen ganz eigenen Stil und den mag man oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn ja, aber trotzdem... Aber er ist... Es gehört nicht zu meinen Lieblingsregisseur. Er macht halt... Und da kommen wir jetzt eben 2019 zu Once Upon a Time in Hollywood. Seinem neunten Film. Der neunteste Film von Quentin Tarantino. Er macht halt im Grunde seit 1992, und das sind jetzt mittlerweile 27 Jahre, was ja schon eine beachtliche... eine beachtliche Zeit ist, macht er immer wieder die gleichen Filme. Das haben wir ja schon im Nachgang haben wir schon drüber gesprochen. Und ja, aber bevor wir jetzt über Once Upon a Time in Hollywood überteilen, würde ich sagen, lies du uns doch einfach mal... Ein paar Fakten vor. Ein paar Fakten vor. Genau, und zwar, der Film hat eine FSK 16. Und das Lustige ist ja, ich habe gar nicht so auf die Laufzeit geachtet, und während des Films dachte ich immer so, mein Gott, wie lang geht der noch? Nee, ich habe schon geguckt, dass das zweieinhalb Stunden geht. Der geht zwei Stunden und 41 Minuten. Also das ist... Und die fühlen sich an wie drei. Die 20 Minuten, das ist so... Egal. Auf jeden Fall hat er eine Bewertung auf IMDb von 8,2. Er hat einen 84-Meter-Score und bei Rotten Tomatoes 85%. Ja, wie schon erwähnt, Regie für Quentin... Quentin Quarantino. Sein böser Zwilling. Quentin Quarantino, geil. Drehbuch auch Quentin Quarantino. Ich glaube, die Filme, die sind wir jetzt echt durchgegangen, die hatte ich mir natürlich auch noch aufgeschrieben, weil ich wusste ja nicht, dass du so eine tolle Einführung da vorbereitet hast. Ich habe mir halt die Titel aufgeschrieben. Aber trotzdem. Regie... Nee, Regie jetzt. Entschuldigung. Kamera ist... Führt der Robert Richardson und der hat wirklich ganz, ganz viele tolle Filme die Kamera gemacht. Und zwar Aviator, JFK, The Hateful Eight, World War C, Shutter Island und auch natürlich einige von Quentin Quarantino. Also das ist einer, das ist schon ein bisschen älterer, der wahrscheinlich demnächst ins... Es ist quasi wieder Zeit, es ist quasi wieder die Gelegenheit, die Lanze für World War C zu brechen. Ja. Jedes Mal, wenn der irgendwo vorkommt. Ist super. Weil spätestens bei Bad Pit kommt er da eh nochmal vor. Ja. Weil wir beide den nämlich viel, viel großartiger finden als Seil Ruf. Ja, absolut. Gut. So, dann, das war es dann eigentlich schon, weil Musik sind so zwei, drei Damen aufgeführt, die halt diese Klangsschnipsel, die der Quentin ihnen da hingeworfen hat. Mir ist zum Beispiel überhaupt gar nicht aufgefallen, dass der überhaupt einen Soundtrack hat, also einen Score hat. Ja, er hat keinen Score. Also IMDB führt zumindest keinen auf. Und bei Musik, das war ganz unten. Ich habe erst das gar nicht gesehen. Und wie gesagt, da sind so ein paar Mädels, die haben da irgendwie seine Schnipsel zusammengeschustert und ein Kerle, der, na egal. Auf jeden Fall, dann kommen wir auch schon zur Besetzung. Und zwar spielt mit, also den Rick Dalton, das ist einer der Hauptpersonen, wird gespielt von Leonardo DiCaprio, den man kennt unter anderem von Inception, Departed, Revenant, Shutter Island, Blood Diamond, ein großartiger, und Chang'e Gone Chained, ein großartiger Schauspieler. Den ich immer noch nicht leiden kann. Also, habe ich dir das schon mal erzählt? Ja, ich weiß, dass du den nicht leiden kannst. Ich hatte das aber schon wieder verdrängt. Ich weiß, ich erkenne an, dass der ein unglaubliches Talent hat. Also, ich weiß aber nicht, warum er mir unsympathisch ist. Er ist mir, also, als Mensch unsympathisch. Er sieht aber auch unsympathisch aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist es. Er sieht wirklich, also, jetzt auch hier wieder diese Figur von Rick Dalton, das ist jetzt keine, also, der ist die Negativseite. Ja klar, also, nein, ich, als Figur ist mir eh wurscht, wo ich spiele. Ja, ja, aber auch, er wirkt halt einfach auch nicht sympathisch. Das ist, das wird ganz klar bei The Wolf of Wall Street. Ja, ja, gut, da ist er ja auch noch. Ja, aber er kann das halt einfach. Und im Prinzip, egal, ich weiß nicht, mir würde jetzt kein Film, ich meine, Titanic, da war ja noch ein Baby. Aber ansonsten, er spielt keine, prinzipiell spielt er keine sympathischen Rollen. Und ich weiß auch gar nicht, er sieht auch nicht aus wie so ein herzensguter Mensch. So catch me if you can. Ja, da war er aber gefühlt auch noch ein Baby. Ja, ich finde, ich finde auch, also, ich meine, er hat eh so ein Händchen für so eine ambivalente Rollenwahl, das finde ich auch gut. Aber so, und auch als Privatmensch, zumindest das, was er so noch außen hin preisgibt, also auch sein Engagement für die Umwelt, das ist ja alles sehr schön und gut. Trotzdem ist er unsympathisch. Ich kann nicht erkennen, warum. Wie der Macht sei. Und da kommen wir jetzt zur Positivseite, und zwar, das ist sein Stuntman, der Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, den man kennt. Und ja, der hat, Brad Pitt hat sogar mehr Filme gedreht wie Leonardo DiCaprio. Das waren, glaube ich, so über 80. Und der Leonardo hat über 40. Also die doppelte Menge an Filmen, wo er mitgewirkt hat. Moneyball, 12 Monkeys, habe ich mal aufgeschrieben. The Big Short war einer seiner letzten. Herz aus Stahl, großartig. World War C, tatsächlich. In Glorious Bastards, wie schon erwähnt. Und so weiter und so weiter. Also, ich mag den. Ja, also ich hätte früher, also als er noch so als Schönling durch die Filme gereicht worden ist, weil er war ja auch... Langhaarig, so hier. Langhaarig. Legende der Leidenschaft. Ja, das ist zum Beispiel ein Film, den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Der ist aber gut. Ja, aber... Das ist halt eine Schmonze. Also das ist halt ein echter... Ich glaube, das wäre mir zu schmonzig. Ich glaube, mir ist das zu schmonzig. Der ist aber gut. Also ich mochte den damals sehr... Ja, aber ich bin auch so ein Fan von Julia Ormond damals. Die ist ja auch... Zum Glück ist die ja irgendwann mal untergetaucht. Die ist... Also der Film ist wirklich gut. Edward Swick hat den gemacht damals. Und ja, Aiden Quinn, Julia Ormond, Brad Pitt, der aus E.T., der Junge, wie hieß er? Weiß ich nicht, aber der Ding, der Anthony Hopkins spielt auch noch mit. Ich weiß, ich weiß, aber irgendwie... Müssen wir mal gucken, wenn du den noch nicht kennst. Ja, müssen wir echt mal gucken. Weil der echt... Also natürlich ist es ein Drama par excellence. Der Drama ist ja nicht verkehrt. Und der Soundtrack, der sagt ja auch ganz genau, wann es jetzt wieder Zeit ist zu holen. Aber es ist, ich finde den so gut gefilmt und so gut gemacht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also je älter er wird, und ich finde, er altert gut. Ja, und er altert. Ja, und man sieht auch, dass er altert. Und es ist auch echt... Und er ist einfach eine coole Socke. Also Brad Pitt entwickelt sich zu einer der coolsten Socken auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Aber egal. Der hat mir das schon mal gesagt. Ja, der hat aber auch so eine komische... Wenn man ihn jetzt in Interviews sieht oder jetzt hier irgendwo auf roten Teppichen oder so, da finde ich, hat er immer so eine ganz komische, unnahbare Art. Das ist aber jetzt nicht von diesem Planeten wehr. Ja, das ist so dieses Johnny-Depp-Phänomen. Der strahlt auch immer... Also bei dem weiß man es, dass er sich halt unwohl fühlt in solchen Situationen. Und bei ihm habe ich auch immer so... Das weiß ich auch immer nicht. Mag der diesen Status? Also der macht mir nicht den Eindruck, ob er das genießen würde. Aber er ist ein guter Schauspieler. Und er ist als Schauspieler nicht nur körperlich, sondern halt auch vom Können her gereift in den letzten Jahren. Ja, stimmt, ja. Und ich finde auch, und das kann man ja auch schon mal vorwegnehmen, dass diese Rolle eine seiner besten ist seit langem, finde ich. Findest du? Ja, seiner besten, finde ich. Aber was ich jetzt halt noch gerade, dass er auch mal sich... Er muss jetzt nicht mehr der Hauptdarsteller sein. Zum Beispiel in The Big Short. Also mit... Ja, ja. Also nee, aber ich meinte jetzt gerade bei The Big Short zum Beispiel, spielt er ja auch mit. Aber da ist er zum Beispiel nicht die Hauptperson. Nee, das war die Nebenworte. Genau, und dass er halt auch in starken Nebenrollen halt auch... Ja, also er muss nicht... Ich glaube, er muss auch nicht mehr so der Hauptdarsteller sein. Und bei der... Ja, finde ich jetzt nicht so. Das ist einer seiner besten. Und auch nicht seiner schlechtesten. Also... Also er musste jetzt hier keine besondere emotionale Bandbreite zeigen. Nee, er war ja einfach nur lässig. Er war halt einfach nur ein lässiger Stuntman, aber ich... Mit seinen Mockers hin. Ich fand, so wie er ihn gespielt hat, einfach auch mit Gusto. Also echt gut. Gut, kann mir gut gefallen. Ja, dann die dritte Hauptperson im Bunde, Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie, die man... Immer wieder umwerfend aussieht, außer halt in Aitonia. Ja, das wäre jetzt mein erstes Film. Aitonia, Fokus, Maria Sturt, da sieht sie auch nicht so gut aus, weil da hat sie schon... Hat sie schon ordentlich Maske auch bekommen. Die Nase wurde irgendwie nicht so schön. Und Maria Sturt, äh, nicht Maria Sturt, äh, Königin Elisabeth, die erste hat anscheinend auch mal eine Pockenkrankheit gehabt. Und dementsprechend war auch ihre Haut nicht so schön. Ähm, naja, äh, Suicide Squad, The Big Short, ähm, alles... Sie hat auch in sehr vielen Filmen mitgespielt. Ja, ist die auf Fokus. Da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen mit, ähm, Will Smith. Genau. Und, äh, in Suicide Squad hat sie mich maßlos, maßlos, genervt. Ja, der Film ist einfach scheiße. Ja, der Film ist einfach scheiße. Und ganz im Ernst... Ich würde es aber trotzdem vorgesetzt, ne? James Gunn macht Suicide Squad. Ja. Äh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ein fähigerer Regisseur als der vorangegangene. Das stimmt. Mal schauen. Das ist aber auch keine Kunst. Aber wie gesagt, ist jetzt, äh, also Margot Robbie hat, ähm, hat ja auch bei Wolf of Wall Street, ähm, ähm, mitgespielt. Die ist jetzt eine der, der, ähm, der Darstellern, die man, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Also wo man erst denkt, ja, sieht gut aus. Ähm, also, weißt du, dass die, die, man ordnet die leicht so in dieses hübsches, Beiwerk. Ja, ja, also... Ein Aber. Aber, genau. Dann, also spätestens, wenn man Altonia gesehen hat. Die kann was. Die kann was. Und auch Maria Stewart. Also, das ist schon, also sie kann verdammt gut schauspielern. Und, ähm, was ich ihr, also den Film nehme ich hier absolut übel. War es zu Setscore? Nein. Once upon a time in Hollywood, da komme ich aber später noch dazu. Ja, kommst du noch, ja. Weil, äh, das, das hättest du sich echt sparen können. Wirklich. Kommen wir noch hin auch zu. Genau. Aber, äh, grundsätzlich, ich meine, das klang jetzt furchtbar sexistisch, sieht gut aus, aber kann trotzdem schauspielen. Ja, da hätte ich jetzt eigentlich gleich einen einschreiten müssen. Ja, nee, so war das nicht gemeint. Ich meine, äh, man, man neigt ja, äh, immer dazu quasi. Männer neigen dazu. Ja, vielleicht auch. Wir Männer neigen ja oftmals dazu. Ähm, ja. Es, es liegt aber auch an Hollywood. Es tut mir jetzt leid, dass ich das da jetzt drauf rumreiten muss. Es liegt aber auch an Hollywood, die, äh, halt primär, wo das über viele Jahre einfach so gemacht haben, erstmal nach optischen Maßstäben besetzen, äh, damit halt, äh, damit der Actionheld halt ein, ein, ein Love Interest hat. Ja, ja. Bond ist ja auch sehr schwierig, äh, was, was so die Frauenrollen betrifft, ähm, und ja, aber das ist so Stereotyp, finde ich, für, für die Art von Frauen, wie Hollywood sie lange halt kultiviert hat. Und deswegen, glaube ich, ist es noch so, jetzt in meinem Kopf, wo man sagt, ah, eine hübsche Frau, ob die was kann. Weißt du? Ja, ich hab, irgendwann hab ich so das Gefühl, du versuchst, dich mal rauszureden. Ja, ich versuch's auch. Du kannst es ja später rausschneiden. Nein, 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 ich, ich weiß nicht, warum das bei mir so, so ein Hubschluss ist, aber gerade bei ihr ist es halt so, dass die, 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 ja, die einfach so eine, so eine Präsenz hat auf der Leinwand und ich so, ja, aber die hat sich von Anfang an, glaube ich, auch nie so in diese, in diese Rollen drängen lassen, die, ähm, zumindest ist sie mir nie so, also selbst in den Nebenwollen, die sie hat, ist sie immer nicht nur durch ihr Aussehen aufgefallen, sondern halt auch wirklich durch, ähm, durch ihr Schauspiel. Ja, ja, da muss ich jetzt aber kurz widersprechen, weil, ähm, jetzt gerade The Big Short, da geht's rein um ihr Aussehen. Äh, Fokus, ich glaube, die Besetzung, dass sie, sie, sie kann ja Schauspielern, aber ich glaube, äh, ihr Aussehen war das vorrangige Merkmal, warum sie für diesen Film gecastet worden ist. Big Short ist aber selbst Ironie pur. Ja, ja, schon klar, ähm, aber dann, und dann Suicide Squad natürlich auch wegen ihrem Aussehen und zweitrangig wegen ihrer Schauspielkunst und jetzt kommt's und die Filme I, Tonja und Maria Stur, die sind alle später entstanden und da ging's um Schauspiel und deswegen, also sie hat schon ihr Aussehen am Anfang schon auch als, ähm, Vehikel für ihre Karriere genutzt. Ja, sicher, wäre sie ja auch dumm, wenn sie es nicht ausschaut. Ja, natürlich wäre es dumm, wenn sie es schon so ausschaut. Big Short, wo du es ansprichst, dann so, äh, da ist es, da ist ihr Aussehen ja auch selbstironisch eingesetzt worden. Ja, ja, natürlich. Ja, das ist alles furchtbar trocken, äh, hier ist Margot Robbie in einem Schaumbad. Ja, ja. So, ähm, das war ja super cool. Ja, ja, natürlich, klar. Ähm, aber ja, du hast das natürlich recht, also ich glaube schon, dass, dass ihr, ihr Aussehen, ihr jetzt keine Türen verschlossen hat in Hollywood, ähm, aber wir bewegen uns jetzt hier in die, in die Sexismus-Frauen-Debatte in Hollywood, ist sowieso ein eigenes Thema, da könnt ihr mal einen ganzen Podcast zufüllen. Ja. Weiß auch nicht, wieso man das jetzt, äh, naja. Soll ich das überhaupt angesprochen habe? Ich weiß nicht, ich würde jetzt auch gerne weitermachen. Dann. Danke. Bitte fahren Sie vor. So, äh, die Figur des Jay Zepring, äh, spielt der Emilie Hirsch, der, ähm, ja, auch, keine Ahnung. Wer ist denn das? Emil, der hat Into the Wild gespielt. Ja, nein, ich weiß, wer das ist, wer ist diese Rolle? Die Rolle, das ist, ähm, ja, das ist ja leider auch nicht so erwähnt worden, es war ja... Ist das der Freund von... Der Sharon Tate? Der Ex-Mann. Das war der Ex-Freund, genau. Also sie waren ja liiert, äh, Jay Zepring und Sharon Tate, und, ähm, sie hat sich dann für Roman Polanski entschieden. Ach, das war der Emilie Hirsch. Genau, und das war der Emilie Hirsch. Und, ähm, der, genau. Okay. Und er war damals wohl der Hairstylist schlechthin. Okay. Zu der Zeit. Also, den Namen alleine... Jay Zepring. Wenn hätte ich es nicht einordnen... Ja, weil das war gar nicht so vorrangig in dem Film. Okay. Also, ich glaube, das wurde da, wo, ähm, der Damien Lewis, der kommt jetzt dann als nächstes, äh, den, der den Steve McQueen spielt, hat ja dann quasi auf dieser Party in der, ähm, Playboy-Villa. Ja, 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 der hat das ein bisschen erklärt, ne? Der hat das dann so erklärt für die, wo halt, äh, gar nicht im Thema sind. Und, äh, da wurde das dann mit, äh, dem Dreier gespielt. Ja, da habe ich schon verstanden, wer er das ist, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das der Emilie Hirsch ist. Doch, ich habe ihn schon erkannt. Ich kannte nur nicht den, deswegen habe ich den auch gar nicht aufgeschrieben, weil der, außer, dass er im Auto fährt und irgendwie ein bisschen rumwackelt, äh, der wurde in Roman Polanski spielt. Den habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht aufgeschrieben, das ist auch so unwichtig. So wie viele Leute in diesem Film. Also das Casting ist, glaube ich, keine Ahnung, da werden 100 Leute erwähnt, aber die sind alle so, so scheißunwichtig, das gibt's gar nicht. Also, egal. Ähm, ja, und jetzt nochmal Emilie Hirsch. Das ist eigentlich schade, weil mit Into the Wild und auch Mirk, ähm, hat er zwei, also Wahnsinns, also der Junge hat ja Potenzial und er kann ja auch super schauspielern, aber irgendwie hat er noch nicht groß Karriere gemacht. Nee, irgendwie nicht, den Sprung hat er nicht geschafft. Egal. So, dann zum ersten Mal im Quentin Tarantino-Universum Al Pacino als Marvin Schwartz. 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 Schön, schön, dass man den auch mal wieder sieht. Ja. Auch der altert. Auch gut. Ja. Ja, ich meine, Al Pacino, ich, kann man jetzt noch Filme aufführen, brauchen wir aber nicht. Nee, also wer Al Pacino nicht kennt und diesen Podcast hört, glaube ich, hat was falsch gemacht und ist im Leben falsch gemacht. Ja, der muss jetzt erstmal sein komplettes Werk nachsachen. Erstmal, erst mal. Zur Strafe. Genau. Auf die Strafbank. Wie schon erwähnt, der Damien Lewis spielt Steve McQueen, ja, je nachdem wie das Licht fiel, fand ich das Casting gut, schlecht. Dann haben sie nur wegen dieser Mundpartie gecastet. Wahrscheinlich, ja, weil die Haare, das war ja furchtbar. Also Steve McQueen hatte niemals solche komischen Haare. Wer weiß. Ich war ja nicht dabei. Ja, nie. Niemals. Ja, vor allem ist der Damien Lewis ja rothaarig. Ja, deswegen war ja alles im Dunkeln. Also das Licht kam von hinten. Also man kennt ihn als Homeland aus den ersten zwei Staffeln. Dreamcatcher hat er auch mitgespielt und aktuell in Billions. Den kennt er, wenn er ihn seht, wer kennt ihn. Genau, den kennt ihr. Der sieht irgendwie aus wie so ein Frosch. Nicht untalentiert. Nein, nicht untalentiert. So, dann haben wir hier den Timothy Olyphant. Der spielt auch zum ersten Mal bei Quentin Tarantino mit. Er spielt den James Stacy. Das ist auch ein Schauspieler in diesem Universum. Der Olyphant. Der Olyphant. Muss immer an Olyphant denken. Hat ja Justified. Die Serie war er der Hauptdarsteller. Dann Crazy. Das ist so ein Horrorfilm. Deadwood hat er wohl auch mitgespielt. Und aktuell ist er zu sehen auf Netflix. Ein Santa Clarita Diet mit Drew Barrymore. Und dem Bösewicht bei Live Free or Die Hard. Ich störe langsam 4.0. Ah ja, ja, genau. Siehst du, das wurde aber gar nicht so. Weil am Anfang bei ihm, die Bimmste eigentlich bekannt für, dann müsste das eigentlich weiter vorne sein. Aber egal. Eine junge Dame mit dem Namen Pussycat in dem Film, eine von den Manson-Weibern, muss man so sagen, Manson-Hippies, wird gespielt von einer Margaret Querley, die man kennt aus The Leftovers. Das ist nämlich die Tochter. Siehst du, das ist es, also normalerweise bin ich ja, wie du weißt, immer ganz vorne dabei, wenn es heißt, ach, das ist die. Genau, jetzt muss ich mich schon wundern. Aber die konnte ich nicht mehr einordnen. Ich wusste, dass ich sie kenne. Ich auch. Weil sie, finde ich, ein sehr dominantes Gesicht hat. Sie hat eine sehr einprägsame, also sie hat so extrem auffällige Augen, also so leuchtende Augen. Und jetzt kommt's, weißt du, wo sie noch mitgespielt hat? Nein. The Nice Guys. Die, wo die ganze Zeit flieht und gesucht wird. Ah, ja, 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 stimmt, 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 stimmt. Ja, ja. Genau. Shoutout to Nice Guys. Ja. Großartige Film. Ja, super. Ja, stimmt. Aber die kam mir sehr bekannt vor und ich konnte sie aber noch nicht einwandern. Also das sind so ihre zwei großen Rollen. Und sie darf auch ihre Füße präsentieren. Ja. Quadratlatschen. Gegen die Scheibe gepresst. Genau. Dann hab ich noch, äh, der Mike Moe wird, äh, spielt den Bruce Lee. Den kennt man aus Empire. Die Serie hab ich nicht gesehen. Marvel's Inhumans. Auch nicht gesehen. So, und dann hab ich auch schon aufgehört. Und alle anderen haben, äh, Gastauftritte. Der Luke Perry. Seine letzte Rolle. Kurt Russell, Zoe Bell, Michael Madsen, Dakota Fanning und so weiter und so weiter und so weiter. Bruce Dern. Bruce Dern, genau. Genau. Das ist mir jetzt noch... Stimmt, da spielt den Alten da. Ja. 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 Also, alles in allem ein, 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 bis, bis in, in kleinere Nebenrollen, hoch, äh, besetzter, hoch, hochkarätiger Cast, kann man sagen. Ja. 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 Das Hu ist Hu. Wie man so schön sagt. Genau. Nun denn, dann lese ich mal die Inhaltsangabe vor. Mhm. So wie sie auf der Facebook-Seite von Once Upon a Time in Hollywood. Das ist mittlerweile, ich, jetzt will ich jetzt einfach mal erwähnt haben, weil mich das nervt, weil das gar nicht so, also wenn man, ich suche ja immer eigentlich nach der offiziellen, äh, Inhaltsangabe, äh, zu den Filmen und zwar von, von den Verleihen, ja. Mhm. Weil ich mir denke, naja, die sind halt manchmal einfach himmelschreiendämlich, manchmal sind sie auch ziemlich gut, ähm, aber ich will das ja vollkommen wertfrei den Inhalt wiedergeben, so wie der Verlag denkt, äh, der Verleih denkt, dass, dass der Kern dieses Films ist. Aber es ist für echt schwer, die zu finden. Mhm. Also die Sony Pictures zum Beispiel hat überhaupt gar keine, also bei manchen gibt es tatsächlich eine eigene Webseite zu jedem Scheißfilm, bei manchen, ähm, findest du wie bei Sony nur noch einen Verweis auf irgendeine Facebook-Seite, die machen zu jedem Film eine Facebook-Seite, mhm. Also das ist echt, äh, manchmal, also du kriegst erst mal 125 Treffer bei Google von irgendwelchen Rezensionen. Ja. Bevor du auf eine offizielle, von Sony Pictures oder von dem jeweiligen Verleih geführte Seite stößt, wo dann vielleicht auch noch mal eine Hinhaltsangabe zu finden ist. Ja, aber das würde ja dann, also ich meine, ich bin ja gar nicht auf Facebook, also ich würde dann zum Beispiel es gar nicht schaffen, auf so eine Seite zu kommen. Ähm, letztendlich kommt es ja darauf an, wie die Leute halt dann suchen, also wenn halt, so ist ja dann der Verlauf auch. Ne, ich suche halt immer nach Sony, ja, Presse-Text, ne, ich suche Sony, Filmtitel, Inhalt. Das sind so die, die ich suche Begriffe und manchmal kommt gleich was und jetzt in dem Fall, ja, es war nur so eine ganz komische Landingpage, wo halt alle Filme, die momentan oder nicht demnächst ins Kino kommen von Sony, einfach nur auf eine Facebook-Seite verwiesen. Wie dem auch sei, ich lese mal vor. Ja. Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch TV-Star Rick Dalton und sein langjähriges Stuntdouble Cliff Booth müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen. Der neunte Film von Kultregisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino wartet mit einer großen Ensemble-Besetzung und zahlreichen Erzählsträngen auf und huldigt den letzten Momenten von Hollywoods goldenem Zeitalter. So, da hakt es ja schon wieder, weil im Prinzip das mit dem goldenen Zeitalter und dem Abgesang von Hollywood, das habe ich schon auch dann jetzt gelesen in einer Kritik. Wollen wir? Spiegel Online. Und, ähm. Willst du gleich in die Kritik einsteigen? Nein, nein, ich wollte jetzt nur sagen, also wo, also was ich mit dem Film die ganze Zeit verbunden habe und das ist, weil ich es dann irgendwann mal aufgegriffen habe, das war mit den, äh, Merlin Manson, äh, Merlin Manson, Charles Manson, Entschuldigung, Entschuldigung. Charles Manson und Sharon Tate. Ja. Okay, ich nicht, aber da können wir später drüber reden. Genau, und das ist, deswegen, ja, okay, dann ist es ein Abgesang halt, genau. Ja, mit welcher Erwartungshaltung sind wir denn da so reingegangen oder, was war denn so unser, unsere, also ich habe mich schon darauf gefreut, du jetzt so weniger, oder? Ja, doch, weil mich da, also mein Verhältnis zu Tarantino, glaube ich, habe ich jetzt zur Genüge dargelegt, aber in dem Fall hat mich tatsächlich das Thema wieder gereizt, weil ich dieses, diese Ära mag, weil ich die Darsteller mochte und vor allem auch den Stil, den der Trailer transportiert hat, das ist alles sehr gesättigt, also sehr so 70er Jahre Stil mochte ich, hatte ich mehr Lust drauf, als auf die, also definitiv mehr Lust, als auf The Hateful Eight. Ja, ja, ja. Und hatte ich auf alle Fälle wieder Lust, den im Kino zu sehen. Ja. Und, ja. Ja, und das halt, also er hat ja auch im Vorfeld viele gute Kritiken bekommen, er wird ja wieder gelobhudelt ohne Ende. Ja, der neunteste, der ist halt der neunteste Film. Ja, genau. Und dann, dann kann man ja, ähm, sich das mal wieder anschauen. Also vor allem, wenn der Trailer halt einen nicht so abstößt, wie The Hateful Eight. Der hat uns, ne, der hat uns, also eigentlich mir hat er Lust, mir hat er tatsächlich Lust auf mehr gemacht und ich dachte so, hey, ähm, das könnte mal wieder was sein, das mir gefällt. Ja. Und war's denn so? Hat's uns denn gefallen? Wie's lacht. Schwierig. Schwierig. Oh Mann, der Mann soll endlich aufhören, Film mitzumachen. So schlimm. Nein, was heißt so schlimm? Das ist halt, wie gesagt, also erstens die Laufzeit und, ähm, ja. Ja, also er selber sagt ja, der Film soll ja so ein bisschen, ähm, das ist sein, wenn ich's jetzt richtig gelesen hab, sein offizieller Nachfolger von Pub Fiction sein. Und wenn du das in Kontext siehst, dann ist es, dann hat der Mann irgendwie zu viel geraucht. Ich weiß nicht. Also das ist nicht mein Ansatz. Und er hat, also ich hab noch nie so viele Längen gespürt, körperlich gespürt bei einem Film wie bei dem. Das war wirklich so, ja, das hätten wir jetzt aber auch auslassen können. Das hätten wir jetzt aber auch, ja, und das hätten wir, mein Gott, also können wir jetzt mal zu Potte kommen, weißt du, können wir jetzt mal hier den Film beenden so langsam? Also, das hatte ich noch nie so oft das Gefühl. Jetzt pass auf, weißt du, an was ich, ähm, ganz oft denken musste? Also, zu dem Thema, zu dem Thema, er sollte auf, um Filme zu machen, da sag ich gleich noch was, aber, weißt du, was ich sofort denken musste, oder nach kurzer Zeit, an, ähm, Grand Theft Auto, GTA 5. Weißt du, warum? Weil die halt nur im Auto sind? Ganz genau. Weil, was ein, ein, ein nicht unwesentlicher Bestandteil von GTA ist, dass du, äh, in Autos rumfährst und Musik hörst. Und du kannst dir einen Radiosender einstellen und irgendwie musst du dich tatsächlich dran denken, weil das hat sich teilweise genauso angefühlt. Du siehst sehr oft Männern zu, wie sie in alten, zeitgemäßen Fahrzeugen durch die Gegend fahren und Musik hören. Aber, ja. Und, wie gesagt, also, von wegen, sie sollte auf, um Filme zu machen, ich glaube, und das ist nach wie vor meine These, er macht halt einfach immer das, er macht das, was er macht und was er kann. Und das seit über 20, 25 Jahren. Aber ich bin nicht mehr der 18-jährige Heranwachsende, der, der Pulp Fiction cool fand. Ja, aber jetzt, jetzt kommen wir zu, jetzt, jetzt kommt's nämlich. Und zwar, das Publikum, ähm, war ja in unserem Alter ein bisschen jünger und. Deutlich älter. Und deutlich älter. Es war auch mit dabei. Also, die damals Pulp Fiction gesehen haben und vielleicht, ja, wir waren ja so kurz vor der 20 und die waren vielleicht 30, 35, also waren schon ein paar dabei. Also, und, ähm, aber jetzt überleg mal, wenn wir jetzt schon zu alt für diese Filme sind, wie alt, dann sind die, wo älter wie wir sind, ja schon viel zu alt und die, wo jünger sind, langweilt's doch total. Weil das ist so ein Film, das ist ja, ähm, wie hab ich's auch gelesen, so ein Film wird's eigentlich dann nicht, wird's nicht mehr geben, weil er ja auch, und das ist das, vielleicht hab ich deswegen auch derzeit gedacht, so könnte man das Ganze jetzt nicht mal abkürzen, weil die Art, wie dieser Film erzählt wird, heutzutage nicht mehr erzählt wird. Das sind, äh, diese langatmigen Erzählstränge und, und halt auch, so werden ja Filme heutzutage auch nicht mehr gemacht. Und vielleicht auch deswegen dieser Abgesang an, an Hollywood und, ähm. Aber nochmal, Pulp Fiction ist genauso. Also, wenn du Pulp Fiction dir heute anguckst, ähm, der, ähm, lässt sich auch genauso viel Zeit, gut, es fahren jetzt nicht so viele Leute in Autos rum und hören Musik, er hat schon Längen, er ist schon länger, aber. Aber die fühlt man nicht. Mein Empfinden ist trotzdem, dass das, 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 jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, also es ist genauso, wie ich zum Beispiel Kevin Smith filme, die ich damals in den 90ern gefeiert und vergöttert habe, heutzutage nicht mehr gucken kann, beziehungsweise nur noch die Alten mit einem gewissen Nostalgiefaktor. Und das Jane Silent Bob Reboot steht ja an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film nicht annähernd so feiern werde, wie ich damals die anderen, weil er immer noch die gleichen Filme macht. Und genauso geht es mir halt mit Tarantino und es tut mir leid, weil ich weiß, dass es da draußen einfach ganz große, äh, glühende Tarantino-Fans gibt, auch vielleicht welche der ersten Stunde, auch welche in unserem Alter. Ich, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr feiern. Nee, ich auch nicht. Ich, ich kann es als das anerkennen, was es ist. Ich sehe halt, ich sehe halt originelle Einstellungen, ich höre einen guten Soundtrack, ich sehe tolle Schauspieler, ich, aber das Gesamt, äh, holt mich nicht mehr ab und am Ende gehe ich aus dem Kino und denke mir so, ja. Irgendwie schwall. Boah. Ja. Ist vorbei. Ja, vor allem halt, ähm, was ich ja auch, da muss ich jetzt halt auch schon mal vorweggreifen, ähm, normalerweise ist es so, dass du halt den Soundtrack, ähm, halt wirklich hörst. Und diesmal war es halt so, so wie du es halt gesagt hast, also sie sitzen halt im Auto und dann dreht halt immer irgendeiner am Radio und wie es halt immer ist mit dem Radio und, ähm, ja, du hörst halt immer nur so Klangsschnipsel, so Fetzen halt und du kannst es ganz selten mal irgendeinem, es gibt, ganz selten wird mal ein Lied auch wirklich gespielt, dass du sagst, ah, okay, das kenne ich sogar oder auch nicht und manches, und manches ist wirklich nur so ein Fetzen, wo dann halt teilweise auch so, dann super, so einen Klanghintergrund auch einfach gibt, wo du denkst, was ist denn das jetzt hier? Und, ähm, normalerweise, das ist das, was mich so ein bisschen geärgert hat, weil er da schon auch immer drauf achtet, dass die Musik, die drin vorkommt, auch wirklich, also gefeiert wird, das zelebriert er ja auch in seinen Filmen. Also ich, ich erinnere dich, ähm, ja, also ich stimme dir vorbehaltlich zu, wir haben eh kurz nach dem Kino dann auch schon drüber gesprochen, dass dieses Ein- und Ausblenden dieser Songs so abrupt stattfand, sodass es halt mehr wie so ein Schaulaufen klang, wie guck mal, was ich für geile Songs aus den, aus den 60ern kenne, ähm, aber ich erinnere dich zum Beispiel an die Folter-Szene aus, ähm, Reservoir Dogs, ähm, an die, äh, Szene, aus, aus diverse Szenen, äh, in Pulp Fiction, wo einfach der Song im Vordergrund stand und eine ganze Szene untermalte und zwar so, dass du die beiden unwiederbringlich in, in, in Zusammenhang bringst. Das Intro allein von Pulp Fiction, äh, wo der Dialog mit diesem Intro in deinem Kopf stattfindet, wo du das eine vom anderen gar nicht mehr trennen kannst. oder bei Kill Bill, wenn halt, äh, die, die Braut auf die, äh, Lucy Lou trifft, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, und da in diesem Garten halt ist und dann halt, ähm, ähm, wie heißt das, Don't Let Me Be Misunderstood und das Lied halt kommt und das ist halt, dieses Lied wird für immer mit dieser Gartenszene für mich zusammen verbunden sein und das hast du nicht einmal in diesem Film. Nee, du hast, nicht einmal. Du hast so ein, so ein, so ein Best-of seiner, also als ob Quentin Tarantino so ein Mixtape gemacht hätte, aber keinen Song ganz drauf, sondern weil er keinen Platz auf der, auf der Kassette hatte, einfach jeden nur ein Viertel. Ja, ja. So klingt das. Naja. Gute Songs dabei, ne? Ja, aber halt alles so Staccatomäßig. Ja, ich kann mich nicht dran erinnern. So Staccatomäßig, ne? Also, ja, das ist ein Problem, die, die Längen, wir fanden, also das ist, also als jemand, der, der sich freiwillig und zum Teil mit Faszinationen Nicolas Winding Ravens Langsamkeit hingibt, ist es jetzt vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, dass das, dass Once Upon a Time in Hollywood zu langatmig ist, aber Quentin Tarantino hat seinen Stil noch nicht so zu einer Kunstform erhoben, wie es Nicolas Winding Raven macht. Also, bei Nicolas Winding Raven ist das Bild das Ziel. Ja. Ja. Du, du schwelgst in einem bewegten Gemälde und entweder man mag das oder man mag das nicht. Das ist so ein Klangbild, das der da macht, ja. Jeder, der schon mal einen Blick auf Too Old To Die Young geworfen hat, weiß, was es bedeutet, was Langsamkeit bedeutet. Also, der, der zelebriert das bis zur Schmerzgrenze. Und das meine ich damit nicht, das meine ich nicht mit Länge, sondern Quentin Tarantino produziert Längen, indem er Leuten beim Autofahren über die Schulter guckt und einfach das Radio laufen lässt und dann nicht mehr, was willst du mir, willst du mir jetzt damit zeigen, dass du diese Ära gut eingefangen hast? Das tut es nämlich schon auch zum Teil, also man hat schon das Gefühl, man ist jetzt da mittendrin und sicherlich tragen solche Einstellungen zu diesem, zu der Atmosphäre bei, aber halt nicht der, der Länge und dem Asmus. Ja, der anscheinend, ganze Straßenzüge sind ja komplett dem, dem Alt, ja, nachgebaut worden. Also so wirst du halt, glaub Hollywood nie wieder sehen. Und ja, das ist einer der Sachen und dann, weiß ich nicht, ob ich die, dann die Share-and-Hate-Geschichte. Naja, du kannst halt, also jetzt auf Details würde ich da so noch nicht eingehen, erst im Spoiler-Teil, aber du hast ja schon so allgemeingültige Sachen geäußert, was jetzt Margot Robbys, also oder Tarantinos Vorstellung davon betrifft, wie er sie darstellt. Ja, weil, also vor allem, also ich kann es jetzt auch nicht mehr, aber ich weiß noch damals, wo, wo hat er den Film nochmal vorgestellt? In Cannes und da wurde ja auch, da gab es ja dann, glaub ich, auch irgendwie so ein Interview und dann hat, wurde ja Margot Robbys was gefragt und er hat dann für sie geantwortet und im Prinzip kannst du das auf den Film auch transportieren, weil ich hab dann irgendwann mal, hab ich gedacht, jetzt muss ich mal zählen, wie viele Textzeilen diese Frau bekommen hat. Und es kann nicht mehr wie 20 Dialogzeilen sein. Also und das ist halt, und das ist wirklich, das ist einfach, ich find's eine maßlose Frechheit und das nehme ich ihr dann übel, dass sie in so einem Film dann mitspielt und sich dann nur als blondes Sternchen, weil Sharon Tate war ja zu der Zeit, wo, das war ja der aufgehende Stern von Hollywood, zu der Zeit einer der schönsten Frauen der Welt wurde sie gefeiert und sie verkörpert diese Sharon Tate, ja, wie sie halt denkt, dass Sharon Tate war, wobei ich nicht glaube, dass sie so war, wie Margot Robbys sie darstellt, glaube ich jetzt nicht, weil es schon so ein bisschen, sie kommt ein bisschen als Dummchen daher, auch, und das nehme ich ihr übel, weil sie hätte, dass es so ein Spiel ist unter ihrer Würde. Ich hab, ehrlich gesagt, und das liegt vermutlich am Drehbuch, überhaupt keine Ahnung, wer das so ist, also wer das war, oder wie sie war. Das ist das eigentliche, was ich dem ankreide. Kann ich auch nicht sagen. Ich glaub nicht, dass sie, also, ihr das vorzuwerfen ist, also die Rollenwahl vielleicht. Ja, aber dass sie halt dann, weil normalerweise ist es ja so, jeder wird beim Casting, dann heißt dann so, ja, hast du Bock, so ja, und dann liest du das Drehbuch und spätestens dann hätte sie halt sagen sollen, also, wollt ihr mich jetzt verarschen? Die ist ja sehr prominent auf den Plakaten auch zu sehen und ich hab mir, also ich hab jetzt keine Szene. Wenn du genauer hinguckst, dann ist sie ein bisschen kleiner dargestellt. Aber sie hat relativ viel Screentime auch und ich denke mir immer, also ich hab jetzt in keiner Szene erfahren, wer Sharon Tate ist. Null. Also ich hab, also ich hab für mein, dafür halt keinen Einblick in, in die, in das Seelenleben oder in die Figur Sharon Tate. Ich kann, ich kann, ich ja auch nicht, also ich mein, ich kenn sie halt von, von Tanz der Vampire und dann wurde ja sie auch in dem Film da gezeigt, wo sie ja da im Kino sitzt und ihren eigenen Film anschaut. Mit dem Ding, mit dem. Mit dem Dean Martin, ähm, Wrecking, The Wrecking Ball, oder? Genau, und dann, ähm, dann siehst du ja, wie sie ihren eigenen Film schaut und dann siehst du halt dann, das ist natürlich, ja, ne coole Idee, wie Sharon Tate, Sharon Tate, also Margot Robbie sich, sie hätten sie ja auch nachdrehen können und dass Margot Robbie dann Sharon Tate in dem Film ist, aber sie haben ja die originale Sharon Tate gezeigt. Und spätestens dann, finde ich, siehst du halt, ähm, ich finde Sharon Tate sieht viel tougher aus wie jetzt die Margot Robbie, wie halt die sie so, 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 ähm, strahlend, äh, also im Negativen strahlend, also sie sieht wirklich teilweise verstrahlt aus, weil kein Mensch latscht durch die Welt. Höchstens du hast halt eine LSD-Zigarette geraucht wie der Brad Pitt. Ähm, ähm, so läuft kein Mensch durch die Straßen, es tut mir echt leid, also, und, ne, auch da, und dann waren ja noch davor die, die ganze Geschichte mit MeToo und dann ist ja auch schon schlecht über Quentin Tarantino gesprochen worden, auch von, von Juma Thurman hat sie ja anscheinend, also sie hat ja auch gesagt, dass er ja auch bei einigen Dreharbeiten zu Kill Bill war, er ja auch nicht so nett zu ihr und, ähm, ja, das wäre jetzt halt irgendwie eine Möglichkeit gewesen, halt auch, ähm, sie ein bisschen anders darzustellen, aber. Ich, ich finde halt, ihre Figur. Es ist ein Objekt. Ja, es ist nur so ein Story-Vehikel. Ja. Die, äh, hat aus meiner Sicht auch keine, also, die trägt auch den Film nicht gar nicht, die ist einfach nur da und, und das, das. Und sieht gut aus. Ja, und das habe ich halt nicht verstanden, weil, weil, also die Story dreht sich ganz klar um, um, äh, Rick Dalton und Cliff Booth und deren Erzählstränge, die ja immer wieder sich, sich überschneiden, ähm, und das sind auch die, die besten, äh, Teile des Films, muss ich, muss man ganz ehrlich sagen, also, äh, die, das, aber, aber sie ist so, so, also, sie ist nur da, damit, habe ich das Gefühl, damit diese Story so einen Anker bekommt in der Realität, eben die Geschichte mit Manson und, und ihrem, und ihrem Ableben, äh, die ja in keinster Weise ernsthaft thematisiert wird, sie wird angedeutet und wenn ich du mir das nicht erzählt hättest, hätte ich es überhaupt nicht mitbekommen, null. Äh, aber, dann, das kommt ja noch im Spoiler-Teil, weil, ja, aber, aber letztendlich, letztendlich habe ich, habe ich, äh, nicht, also sie trägt für mich jetzt nichts, nichts bei und, äh, aber die, die, wir haben ja jetzt viel gemeckert, gucken wir mal zu den, zu den Sonnenseiten, also ich fand schon, dass es, es gab sehr, sehr amüsante Episoden, äh, in dem Film, also ich, ich musste ein paar, also vor allem die mit Brad Pitt fand ich, fand ich eigentlich am besten, aber was ich halt auch mochte, ist, äh, was mich immer wieder mal schmunzeln hat lassen, ist halt so, wie, wie naiv, äh, Hollywood damals auch Filme und so Actionhelden auch dargestellt hat und das haben sie schon, das hat das schon mit so einem, zu den gehörigen Portionen Augenzwinkern auch, äh, die Figur des Frick Dalton ist halt absolut Stereotyp für diese Art von Hollywood hält von damals, der ja, äh, wie man schon feststellt, auch so am absteigenden Ast ist, ja, aus seiner Serie ausgestiegen ist, aus seiner, ähm, Law, Bounty Law, Bounty Law, aber, aber so wie, wie er das darstellt und das ist schon so, diese Naivität und das hat mir schon Spaß gemacht und es ist halt einfach ein Schaulaufen, es läuft halt immer irgendwas im Hintergrund, sei es eine Serie von damals auf dem Fernseher, sei es irgendwie ein Stück im Radio, ein Interview, du, du, du spürst die Zeit schon. Ja, ja, absolut, das, äh, hat er ja auch wirklich gut eingefangen und ich meine, das ist, wie gesagt, also die Geschichte von Rick Dalton und auch, äh, von seinem Stuntman, die ist super erzählt, aber, es ist, zu lang. Nein, auch nicht mal, aber das ist diese, wie es bei Pulp Fiction war, da waren ja so viele Figuren, äh, so viele Handlungsstränge, die meisterhaft miteinander verknüpft worden sind und da ist es eigentlich im Prinzip nur die zwei, die dann immer auf irgendjemanden treffen und dann Sharon Tate, also dann Margot Robbie und mehr, mehr, die zufällig Nachbarn sind. Ja, die zufällig Nachbarn sind und es gibt im Prinzip zwei Handlungsstränge, die dann irgendwann mal zusammengeführt werden und das war's und dann, ja, also, man versteht halt nicht, warum es diese zwei gibt, vor allem, wenn du das Ende dann halt weißt, dann verstehst du es noch weniger, wo du denkst so, dann hätte er doch einfach nur von den beiden erzählen können oder dann nur von den Manson Morden und dass man das so zusammen. Also von zahlreichen Erzählstrengen, wie jetzt in der Inhaltsangabe, habe ich nichts gesehen. Und das ist, gibt's ja nicht. Nee. Also es wird ja nur dann immer so. Höchstens drei. Ja. Der Booth, der Dalton und Sharon Tate. Genau und die, der hat dann manchmal so Rückblenden, jeder hat immer irgendwie so Rückblenden, so und das war's. Sie ja gar nicht, sie hat gar keine Rückblende, die fährt halt auch nur im Auto rum und dann wird ihre Haare freigelassen und dann tanzt sie halt in der Playboy-Villa und. Ja. Ja. Aber ich, bevor wir jetzt zum Spoiler-Teil kommen. Ja. Was wäre denn so dein Fazit? Gibt's denn, gibt's denn eine Zielgruppe, wo du sagst, geht da rein? Also ist es, ich würde ja jetzt nicht kategorisch allen davon abraten, diesen Film zu gucken, weil, wie ich schon sagte, ich glaube, dass der nach wie vor sein Publikum findet, nämlich Leute, die halt Tarantinos Stil uneingeschränkt immer noch genug abgewinnen können. Also die, verstehst du, es ist immer noch ein Tarantino und mir ist es halt nicht mehr genug, aber. Ja, aber das ist, es hat halt nur den Namen von einem Tarantino, aber es ist kein Tarantino mehr. Finde ich schon. Wie? Findest du, es ist ein Tarantino? Das ist ein Tarantino-Film. Ja, aber es ist zu wenig. Es ist so wie. Der hat sich doch noch nie irgendwie großartig Gedanken gemacht darüber, wie ausbalanciert jetzt seine Erzählstränge sind. Das war halt bei, ich fand ja, Publikum war, das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen boshaft, aber ich glaube, dass es auch so eine Art Glücksgriff war. Das ist halt einfach alles, also von dem, was er so kann und macht, einfach viel zusammengepasst hat, was für mich das so zu so einem Juwel macht. Und alles, was danach kam, war schon wieder das Gleiche, aber nicht in dieser perfekten Mischung wie damals. Und für mich ist das halt, ja, deswegen stehe ich dazu, dass ich sage, ich glaube, es gibt schon so für Leute, die so die-hard Tarantino-Fans, die werden sich jetzt auch nicht von unserem Urteil davon abbringen lassen, dass die jetzt in Once Upon a Time in Hollywood gehen. Glaube ich jetzt auch nicht, aber ich weiß nicht. Also ich, wir haben ihn ja am Donnerstag gesehen und er gewinnt nicht jetzt den Sonntag, also durch die letzten Tage hat er jetzt nicht gewonnen. Er verschwindet halt in der Bedeutungslosigkeit. Aber negativ. Ja. Also ich finde, das Negative überwiegt halt, also für mich eindeutig. Und es gibt so viele Aspekte, wo ich halt einfach denke, so, also die zwei sind super, aber ich hätte mir gewünscht, dann hätte er es einfach bei den beiden gelassen. Also die zwei Hauptdarsteller. Also Brad Pitt ist super, Leonardo DiCaprio ist auch wieder super, also Wahnsinn. Und alles andere ist so, wenn mich maßlos wieder nervt, weil die alte, die kann einfach nicht schauspielern, das ist diese Zoe Bell, dass er die da wieder mit reingenommen hat. Das ist eine Stuntfrau und die hat dann auch eine Szene, wo ich mir dann denke, so, das nervt einfach. Ja, das ist die Blonde, wo dann die Frau von Kurt Russell spielt. Ja, ja schon, jetzt wo du es mir sagst. Ja, aber die hat ja bei Death Proof auch mitgespielt. Habe ich auch nicht mehr in Erinnerung. Ja, siehste, und deswegen, und wieso muss man die alte da nochmal auftanzen lassen, weißt du, also. Nee. Ja, also dein Fazit. Könnt ihr euch sparen. Ja, wir sind ja, also klar, dass dieser Podcast und unsere Meinung natürlich was extrem subjektivs ist, ist klar. Ja, bitte, ja. Wir werden uns jetzt nicht anmaßen, einen Film objektiv zu zerlegen und dann irgendwie am Ende auch noch eine Zielgruppe auszumachen, die der Film vielleicht gefallen könnte, sondern wir haben euch jetzt, glaube ich, einen ziemlich kurzen Eindruck gegeben, wie wir zu Tarantino und seinen Filmen stehen und wie wir jetzt zu Once Upon a Time in Hollywood stehen und ihr könnt das selber einordnen. Und wenn ihr uns schon bei all seinen vorangegangenen Filmen irgendwie nicht zustimmt, ja dann könnt ihr da vorbehaltlos reinlaufen und ihr werdet mit dem Film euren Spaß haben, wenn ihr, also ich will euch ja nicht vom Gegenteil überzeugen. Nein, 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 aber das ist so, ich habe mich ja wirklich auf den Film gefreut und es ist halt, ja, das kann ich dann nur im Spoiler-Teil jetzt dann nochmal, warum mich auch dieser Film so ärgert. Ja, mein Fazit ist, ich bin so alt für Tarantino. Okay. Fühle ich jetzt nicht, also, aber ich bin der Meinung, er soll jetzt bitte seinen letzten zehnten Film machen und bitte nicht Star Trek. Nee, wenn der Star Trek macht, das ist das, was mich auch so aufregt, die Möglichkeit, dass er Star Trek machen könnte, das ist, da möchte ich am liebsten. Der macht kein Star Trek. Oh, ey. Nie und immer macht er Star Trek. Oh, bitte nicht, ey, weil dann, dann, dann verliere ich den Glauben an. Nee, der macht seinen zehnten, den zehntesten Tarantino-Film und dann ist Schluss. Okay, hoffentlich. Gut, dann kommen wir zum Spoiler. Ja. Zum Spoiler-Alarm. Ja. Ja, dann kommen wir zu unserer Detailanalyse. Ja, du hast ja am Eingang schon erwähnt, dass, ja, eigentlich, und wie gesagt, es war mir eigentlich nicht bewusst, dass so der Dreh- und Angelpunkt, so diese historische Verankerung ja eigentlich der Fall Share and Hate ist. Vielleicht, da weißt du, weißt du zufälligerweise, was da genau passiert ist damals? Also, es wird ja, und das ist das, was ich dem Film so ankreide und das ist das, was mich so ärgert und wo ich dann auch … Also, was sind denn die Fakten? Die Fakten sind, also das bis, bis zu dem letzten Viertel des Films … Nee, 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 nicht, nicht, was den Film betrifft. Ach so. Ich meine jetzt, was da passiert ist damals. Ja, also am 9.8.1969 in 10.050 Cillow Drive Los Angeles wohnt Sharon Tate mit Roman Polanski und das ist ja in dem Film, werden sie ja als Nachbarn von Rick Dalton, also das sieht man ja dann auch so. Und in dieser Nacht wird Sharon Tate mit ihrem Freund Jay Sebring, Volche Trulkovsky, Abigail Folger und Stephen Parent werden von den Mitgliedern der Manson-Familie umgebracht. Genau. Ja. Und der Film … Sollen diese drei Hippies, sollen das aber nicht darstellen, oder? Doch, doch, genau. Ach so. Ja, und das ist das, im Prinzip, der Film, der spielt ja mit deiner Erwartungshaltung, weil du weißt, Sharon Tate ist dabei und jeder, der Sharon Tate kennt, weiß, dass sie von der Manson-Familie … Okay. Ich wusste nicht. Sagen wir mal, der überwiegende Teil der Menschheit weiß … Der kluge Teil der Menschheit weiß … Nein, das hat mit klug … das ist ja einfach nur … das ist … weiß man, das weiß man nicht. Das ist Allgemeinwissen. Manche Leute wissen das, was ich nicht weiß und ist ja wurscht. Das hat ja mit Intelligenz nichts zu tun. Ich wusste halt, dass Sharon Tate von der Manson-Familie umgebracht wird. Mhm. So. Dann kommt im Laufe des Films Sharon Tate vor, Charles Manson, der ja kurz auf dem Gelände, das ist ja wirklich auch historisch belegt, dass er auf diesem Gelände war und nach dem Vormieter gefragt hat, den es auch wirklich gab, den Komponisten, den Melcher. Und dann ist er wieder gegangen, nachdem es dann hieß, nein, der wohnt hier nicht mehr. Man hat ja dann auch gedacht, dass er vielleicht die falschen Leute umgebracht hat, also dass eigentlich Sharon Tate und ihre Freunde dann gar nicht das Ziel waren und eigentlich der Vormieter, aber er hat schon gewusst, dass der da nicht mehr wohnt. So, das stimmt. Dann lernt man die Manson-Familie kennen, also diese ganzen dreckigen Hippies. Und dann diese Spawn-Movie-Range, die gab es wirklich. Spannend. Ja, war denn, war das, sollte dieser Hippie da, war das Charles Manson? Der Tex. Nein, eben nicht. Charles Manson siehst du einmal kurz in dem Film und dann nicht mehr. Okay, also das sind schon zwei unterschiedliche Figuren im Film. Weil der zeigt ja auch Charles Manson, aber der ist jetzt nicht Teil dieser Hippie-Bande. Nein, den siehst du dann nicht mehr. Und die haben ja auch, er war ja auch nicht maßgeblich beteiligt an dem Morden. Er hat sie in Auftrag gegeben und deswegen ist er auch verurteilt worden und sitzt ja im Gefängnis. Achso, der war gar nicht dabei. Er war gar nicht dabei, genau. Und diese vier, also die drei Frauen und der Mann, den Namen habe ich jetzt nicht mehr rausgeschrieben, die haben die umgebracht. Nur in dem Film und das ist das, weil du sitzt dann als Zuschauer da und denkst, okay, jetzt kommen die und jetzt geht es dann gleich los. Aber nee. Aber nee. Und dann denkst du, bin ich jetzt hier ein Voyeur, der darauf wartet, dass das passiert? Und es passiert gar nicht. Und ich verstehe nicht, warum er das bis haargenau, weil der Michael Madsen als Erzähler, also weißt du, da wird ja noch alles und dann waren die da essen und dann war das da und dann sind die nach Hause gefahren und überhaupt, das ist ja alles so passiert. Ja, da gibt es dann auch so richtig mit Uhrzeit angaben. Ja genau, das ist, und dann passiert das nicht. Ja vielleicht, vielleicht ist es, also jetzt wurde das. Und das, das nehme ich dem Film halt echt übel, weil ich mir halt einfach denke so, warum dann halt bitte die ganze Einführung und, und dann die Geschichte von den, warum wird dieser Ranch gezeigt, diese ganze, diese Bedrohlichkeit auch, die von diesen Hippies da ausgeht. Also ich kann dir sagen, das war genau seine Absicht, er wollte da einfach mit den Erwartungen spielen und hat halt die Geschichte dann im Grunde so ausgehen lassen, wie es halt so in seinem kranken Hirn hätte ausgehen sollen, nämlich mit einem Massaker, einem blutigen Massaker in dem Haus von Rick Dalton, wo die Manson-Familie halt umgebracht wird. Genau, wo der Cliff Booth im LSD-Rausch die, die, ja, die Mitglieder der Manson-Familie auslöscht. Ja, genau. Weil er halt einfach, also da glaube ich, aber das, also das ist erstaunlich, weil wir beide das so, so unterschiedlich wahrnehmen, weil das ist etwas, was ich dem Film überhaupt nicht, weil mir diese Geschichte nicht bekannt war. Also ich kannte, wie gesagt, die Geschichte nicht, insofern gab es keine Erwartungen mit der er spielen konnte. Und insofern waren die Zeitangaben für mich so, hä? Ja, ja. Wieso, worauf läuft das jetzt raus? Und das Massaker halt ein Massaker, wie es Gewaltausbrüche in jedem Tarantino-Film gibt. Und dann war der Film vorbei mit einem halt äußerst strangen Ende. Und erst jetzt, wo du mir das erzählt hast und wie das halt alles einzuordnen ist, denke ich mir so, ja, das ist halt jetzt seine Variante. Also so will er das, also hätte er das halt gern gehabt, dass das ausgegangen wäre. Naja, deswegen heißt der Film wahrscheinlich auch Once Upon a Time in Hollywood. Genau, weil es ein Märchen ist. Also weil er dann das Märchen halt oder quasi die Geschichte umgeschrieben hat und in seinem Märchen wird halt Sharon Tate nicht umgebracht. Ja. Und da werden halt dann die Bösen, also die Bösen kriegen das, was sie verdient haben. Ja, aber der hat aber bei dir jetzt eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Also der hat halt mit deiner Erwartung gespielt, weil du halt Fakten kanntest und dich hat es halt geärgert, weil er es dann einfach so aufgelöst hat, wie er es aufgelöst hat. Ja. Ja. Und ja, aber selbst, wenn, das könnte man ja noch sagen, okay, aber dann kommt halt wieder, wie er halt Sharon Tate gezeigt hat oder wie halt Margot Robbie, also, ja, aber das. Weißt du, und dann hätte er ihr ja auch ein bisschen mehr Struktur geben können. Genau, das ist aber genau der Punkt, weil ich sage, wenn dem so ist, also selbst wenn er entschieden hat, einfach Märchen zu erzählen und Märchen ist ja immer so ein bisschen heile Welt und vielleicht hat er sich ja auch selber gewünscht, dass wir anders, wer nicht, wer wünscht sich denn schon, dass die da abgeschlachtet werden. Ja, weil das war schon, sie war ja hochschwanger. Dann hätte ich mir aber vom Film oder von ihm tatsächlich einfach gewünscht, dieser Person, Sharon Tate, mehr Leben einzuhauchen. Und zwar so, dass du als Zuschauer, der mit diesem Fall nicht so vertraut bist, a, deutlicher gewusst hättest, worauf das potenziell hinausläuft. Also als Nicht-Geschichtscanner hätte ich, hätte mir das, mir jemand sagen können im Film oder zeigen können und du hättest diese Figur Sharon Tate so aufbauen können, dass du wirklich hättest Angst um sie gehabt, dass es dir Leid getan hätte um sie und dann wäre der Effekt, dass Tarantino entschieden hat, den Spieß umzudrehen, ein ganz anderer gewesen. Genau. Und es ist, also ich hatte weder Angst um sie, noch tat es mir Leid um sie, weil mich die Figur einfach nur genervt hat. Sie ist halt wie so eine... Ein Püppchen. Ja, wie so ein Püppchen durch diesen Film gehopst in ihrem kurzen Rock, wo es dann nur ging, ihre Beine sehr, 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 sehr oft zu zeigen und natürlich auch ihre Füße, 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 Füße und ihre langen, blonden Haare und das ist halt, oh mein Gott, also selbst wenn der Film in einer Zeit spielt, wo es Sexismus halt noch allgegenwärtig halt war, mein Gott, das muss man doch nicht so zelebrieren. Also in der heutigen Zeit dann nicht mehr. Und dann braucht er auch nicht, und das verstehe ich dann nicht, dass er dann solche Rollen wie Jackie Brown und die Braut schafft und dann viele Filme danach Frauen einfach wieder zu Objekten werden, wo ich mir dann denke so, hat dir irgendeiner das Herz gebrochen? Du Armer, du Armer. Weißt du, mein Gott, also der kann ja sehr klein mit Lars von Trier einen Club gründen und dann können sie dann nur noch Filme machen, wo Frauen halt irgendwelche beschissenen Objekte halt sind. Und das regt mich halt echt auf. Ja. Und deswegen kann ich dem Film halt, das macht alles andere dann halt, für mich macht das halt alles kaputt. Ja. Ja, kann ich mehr, dem kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Also ich finde, ich muss jetzt auch im Spoilerteil nicht noch irgendwelche anderen Szenen ausbreiten, die, wie gesagt, diese Gewaltorgie am Ende, die kam halt für mich sehr abrupt und natürlich dann auch entsprechend explizit, also fast schon ein bisschen abstoßend. Ich fand's furchtbar. Wo Brad Pitt als Cliff Booth da quasi diese Angreifer da abwehrt, eigentlich im LSD-Rausch. Es war halt einfach absurd gewalttätig und bewusst überdreht. Das ist jetzt nicht so, dass ich sag, dass wir jetzt, es gibt ja zwei Arten von Gewalt, haben wir schon mehrfach gehabt, das Thema. Keine Gewalt, wo ich sagen würde, da hat jemand, da vermittelt jemand Spaß an Gewalt, das nicht. Aber halt so abstoßend, explizit wieder. Und ja, das ist Tenant Hino Trademark. Was mich halt einfach ganz komisch hinterlassen hat, war dieses Ende, wo dann Rick Dalton nach den Ereignissen dieser Nacht vom Nachbarn angesprochen wird, von diesem Jay Sebring quasi, was da los war und dann kommst du ins Gespräch und dann wird er in ein Haus eingeladen und das Letzte, was du siehst, ist, dass die Freunde, die Gruppe, die eigentlich ermordet wurde in dieser Nacht zusammen mit diesem fiktiven Nachbarn ins Haus geht. Und dann heißt es Once Upon a Time in Hollywood und der Abspann läuft. Genau. That's it. That's it, folks. Dann kommt noch eine Zigarettenwerbung. Ja. Mit. So Marvel-mäßig so, eigentlich bist du schon aufgestanden, hast gedacht, du kannst jetzt gehen und dann kommt noch eine Zigarettenwerbung. Eine Apple, Big Apple Werbung oder Green Apple, oder wie heißt die? Red Apple. Red Apple heißt sie, genau. Heißt die Zigarette, ja. Werbung mit Rick Dalton. Ja, ich, wie gesagt, in der Summe, es gibt Teile, die mir echt gut gefallen haben, aber halt vornehmlich die Teile mit DiCaprio und Brad Pitt auch so, dieser Dreh, den fand ich super geil, also wirklich gut, diesen Dreh da zu diesem Western, wo er den Bösewicht spielt. Ja, der war auch. Wo er dann halt auch, was weiß ich, sich im Text verhaspelt und dann alles wieder zurück und so dieses Spiel mit, also diese Filmszene einfach so gezeigt wird, wie sie gedreht wird, aber dann trotzdem die dritte Wand durchbrochen wird und dann wieder alles auf Anfang und so. Ganz toll gemacht, hat viele, also das heißt viele, hat einige tolle Szenen drin, aber so dieses Gesamtwerk, also das Tempo ist, das ist aber auch Tarantino-typisch, das Tempo ist unausgegoren, er hat so Passagen drin, wo einfach mal so die Erzählform wechselt, wo er von, er hat schon immer so Einblendungen von wegen ja und wo das ist, aber dann am Ende ist es plötzlich stündlich, dann hat er mal einen Erzähler drin, wenn es ihm passt, dann hat er wieder keinen Erzähler drin, wenn es ihm nicht passt. Das fand ich auch furchtbar. Das ist so ein ganz komisch, unausgegorenes Erzähltempo, das sich halt in Längen und guten Szenen abwechselt, aber für mich im Gesamtwerk einfach kein stimmiges Ganzes ergibt. Und wie gesagt, wenn man dann on top auch noch kritisiert, dass diese Geschichte einfach, dieser Anker Sharon Tate einfach nicht zieht. Ja, vor allem halt, was ich halt auch, weil ich jetzt da nochmal so drüber nachdenke, die ganze, es sind ja sehr, sehr viele Mitglieder der Manson-Familie werden ja gezeigt und die gab es und manche werden ja auch namentlich erwähnt, die es wirklich gab. Und die, der erste Moment, wo du die ja schon siehst, wie sie da halt über die Straßen laufen, wo du schon denkst und allein, dass die es schaffen, so als Gruppe schon so bedrohlich auch zu wirken und dann verpufft es am Ende so, indem halt sie einfach nur wie so Boxsäcke verwendet werden und dieser ganze Aufbau, wo er sich da, da hat er sich ja auch Zeit genommen, die einzuführen und aufzubauen und diese Bedrohung halt zu zeigen. Allein, wo, ja, auch wo der Brad Pitt dann auf dieser Span Movie Ranch ist und wo er dann diesen, den Besitzer gespielt von Bruce Dern dann besucht und wo, wo du dann denkst, was ist jetzt mit dem passiert, weil alle wollen nicht, dass er ihn besucht. Und dann war er nix. Oder war nix, genau. Und nur, dass der halt total müde und schon gar nichts mehr weiß, wer der. Der wird halt ausgenutzt, ganz klar. Ja, der wird natürlich ausgenutzt, aber du denkst halt auch so, mein Gott, was ist denn da? Und die ganze Zeit wird halt mit deiner Erwartung halt irgendwie gespielt und die werden so aufgebaut als, als, als böse Hippies. Und dann werden sie zum Schluss nur verdrescht und dann denke ich mir so, ja, also in deiner Fantasie mag das wohl cool sein, Hippies zu verdreschen, auch wenn es die Manson-Familie war. Aber ja, die Geschichte war halt anders und anscheinend hat er nicht den Anspruch, eine Geschichte, einen Film auf wahren Begebenheiten zu erzählen, weil die Begebenheiten stimmen ja nicht. Also den Anspruch hat er wohl nicht. Also wollte er dann doch ein Märchen erzählen. Aber ein holpriges Märchen. Ja, jetzt weiß man halt auch, wer der Star seiner Jugend war. Schön, Tate? Genau. Toll, hat er sich aber, hat er sich aber nicht auf kein hohes Podest gestellt? Nein, nee, finde ich nicht, überhaupt nicht. Also, naja. Wie dem auch sei, ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Ein holpriges, ein Once Upon a Time in Hollywood ist ein holpriges Märchen. Ja. Nun denn, für alle, die so lange durchgehalten haben, mit schon eineinhalb Stunden. Quatsch. Ich hätte mir nicht gedacht, also, bevor wir losgelegt haben, habe ich mir gedacht, das ist jetzt wieder so ein Mittelmaßfilm, ob wir da so viel drüber reden können, aber scheinbar entzünden sich die Gemüter. Ja, ich meine, allein, wir haben schon eine halbe Stunde für sein Werk. Das haben wir ja auch, machen wir ja normalerweise nicht. Ich meine, das muss ja schon mehr sein. Also, kein anderer Regisseur bekommt im Vorfeld ein extra... Ja, es tut mir leid, wenn halt im Pressetext, also immer von cool, wenn jemand von coolen Regisseur spricht. Ja, dann ist ja alles gut. Aber wir haben ja da schon eine halbe Stunde darüber gesprochen. Und deswegen ist das ja völlig legitim. Nun denn? Nun denn. Was haben wir denn an Ausblick? Ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, oder eigentlich wolltest du ja Toy Story 4, aber jetzt ist die Frage, ob wir den dann doch noch im Kino schauen oder nicht. Was wir auf jeden Fall im Kino anschauen werden, ist... Ja, unbedingt. Unbedingt. Und da freuen wir uns schon wie Bolle drauf, ist die Fortsetzung von S. Ja. Weil, wo wir wieder beim Thema, wir werden ja nicht müde, über furchtbare Trailer zu schimpfen, die vor den Filmen so kommen. Wir haben uns diesmal eigentlich komplett raus, haben wir komplett weggelassen. Aber der E-Trailer gehört für mich jetzt mit zu dem atmosphärischsten, was ich seit langem mal wieder sehen durfte. Das Ding verpasst mir jedes Mal wieder Gänsehaut. Oh ja, wenn ich nur dran denke. Guck mal, guck, guck, guck. Ja, ich sehe sie. Unsere Zuhörerinnen nicht. Also jedes Mal kriege ich wieder Gänsehaut. Das ist ein wahnsinnig gut gemachter Trailer. Und wir freuen uns tierisch drauf, das Casting scheint perfekt zu passen. Und jeder, der die Geschichte kennt, der wird da sowieso reinlaufen. Übrigens nochmal eine dicke Empfehlung für das Hörbuch gelesen von David Nathan. Du hörst es gerade wieder. Es ist der Wahnsinn. Das ist so toll. Und ich habe echt, also es ist ja wirklich Jahrzehnte her, wo ich das Buch gelesen habe. Da war ich ja auch, wie alt warst du, wo du es gelesen hast? Weiß ich nicht mehr. Müsste auch so in meinen Teens gewesen sein. Ja, das glaube ich bei mir auch. Also es ist wirklich sehr, sehr lange her. Und jetzt durch das Hörbuch finde ich jetzt da wieder so rein. Und es ist halt einfach Wahnsinn. Also ich möchte eigentlich jetzt das in einem Stück durchhören am liebsten, was natürlich nicht geht, weil der Mensch muss ja arbeiten. Also jeder, der es nicht kennt, wer es nicht kennt, sollte es sowieso nachholen. Und wer gerne Hörbücher hört, auch wenn er die Geschichte schon kennt, sollte sich mal die Hörbuchfassung von David Nathan geben, der absolut brillant dieses Buch zum Leben erweckt. Und ja, es ist auf alle Fälle ganz weit oben auf unserer Liste geguckt, sobald er rauskommt, sobald wir Gelegenheit dazu haben. Bei Toy Story bin ich mir noch nicht sicher, weil es ist so ein Film, ich weiß, dass mir der gefallen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da meinen Spaß dran haben werde. Aber der zieht mich jetzt nicht so ins Kino. Also ich bin ja eine Spiegel-Online-Leserin und ich lese auch immer die Filmkritiken von denen. Und die meisten sind schon auch nach meinem Gusto und wir sind da immer so einer Meinung. Und ich habe mich da halt schon, ja, spoilern lassen nicht. Also die, finde ich, die schreiben das schon auch so, dass du auch die Filme noch gucken kannst, ohne zu sagen so, ja, jetzt weiß ich schon alles. Und der Autor, ich glaube, der war auch so ein bisschen in unserem Alter und der hat auch geschrieben so den ersten, also der hat auch wirklich alle im Kino gesehen und er hat auch immer wieder so geschrieben so, den ersten guckt mal so alleine, dann kommt dann halt schon so die Partnerin dazu, dann kommt das Kind mit dazu. Und den vierten zum Beispiel, da ist das Kind jetzt schon dem Ganzen entwachsen und den hat er jetzt wieder alleine im Kino angeschaut. Und für ihn war das halt, also Toy Story 4 ist für ihn ein Film für Erwachsene. Und das war dann so, wo ich gedacht habe, so ja, ich glaube, ich will ihn, also weil du wolltest ihn ja eigentlich schon immer die ganze Zeit sehen und ich ja weniger und jetzt bin ich ja, glaube ich, mehr diejenige, wo ihn sehen. Also ich würde ihn schon gerne gerne sehen. Ja, ich mag und verehre auch die drei Filme, die es schon gibt. Ich war eigentlich auch beim dritten schon irgendwie der Meinung, dass es ihn nicht braucht und finde ihn aber trotzdem toll. Und beim vierten ging es mir ähnlich, habe aber auch schon diverse Kritiken gelesen und der Rotten Tomatoes-Score spricht ja auch Bände. Ja, der ist ja auch besser wie bei Once Upon. Genau, der soll wirklich, wirklich gut sein. Trotzdem wäre ich jetzt nicht zu Tode betrübt, wenn ich ihn erst zu Hause sehen würde. Dass ich ihn sehen will, steht außer Frage. Da geht es jetzt eigentlich vielmehr darum, was ihr zu hören bekommt da draußen, ob das jetzt Toy Story sein wird oder ist. Wie viel Zeit da noch vergehen wird, es kommt ja Anfang September. Also wahrscheinlich keinen Monat bis zur nächsten Episode. Zwischenzeitlich könnt ihr euch ja die Zeit vertreiben mit einer Serienempfehlung von uns. Wir gucken momentan wieder ausgiebig viel. Momentan gucken wir eigentlich nur Serien. Nur Serien oder hauptsächlich. Gestern haben wir mal wieder eine Ausnahme gemacht. Der Junge muss an die frische Luft, an die frische Luft, Biografie von Happy Cackling. Kong genial verfilmt, toller deutscher Film. Den haben wir gestern gesehen, ja. Der ist wirklich toll. Also hätte ich nicht gedacht, hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der auch so toll ist. Und der Junge, Wahnsinn. Super toll. Ganz toll. Geht sehr ans Herz. Ja, und es ist wirklich einer mal wieder der besseren deutschen Filme und die beweisen so, ja, wenn die richtigen am Werk sind, sie können es und sie erzählen einfach eine Geschichte. Und so wie es halt ist, ein Film funktioniert immer dann am besten, wenn er eine Geschichte erzählt. Und das macht der Film ganz toll. Sehr menschlich. Jetzt kommt aber die Serienempfehlung. Genau, wir wollten eigentlich Serie empfehlen. Zurzeit gucken wir ja, ich hole nach, du guckst wieder, Boardwalk Empire. Ist ja eine HBO-Serie, zur Zeit in der Prohibition, spielt in Atlantic City. Gespielt von Steve Buscemi. Kommt wieder der Bogen zu Tarantino, der ja bei Reservoir Dogs auch schon mitgespielt hat. Darum geht es aber nicht, sondern unsere Serienempfehlung ist etwas, was wir auch ziemlich durchgebinged haben. Voll, voll. Eine Amazon Prime-Serie, exklusiv Amazon Prime, und zwar The Boys. Garth Ennis, der ja Preacher gemacht hat, zeichnet sich verantwortlich für The Boys, ist ein gänzlich anderer Blick auf die Welt der Superhelden, als man das gewohnt ist. Karl Urban spielt eine der Hauptrollen. Also der, ja, Karl Urban halt. Ja, bekannt aus Herr der Ringe. Genau, ist Eumir. Und dann im letzten Tor, also im Tor 3 hat er auch mitgespielt. Stimmt, stimmt. Genau, und Judge Dredd hat er auch gespielt. Dredd, in Dredd, der heißt nur Dredd. Achso, Dredd, genau. Genau, und er hat natürlich bei Star Trek Pille. Oh, Star Trek, die Pille, genau. Ja, es ist herrlich, respektlos, herrlich, also mit Over-the-Top-Gewaltanteil. Also das ist jetzt wieder so ein Gewaltgrad oder eine Art von Gewalt, die mir Spaß macht, also wirklich Spaß macht, weil es einfach so dermaßen Over-the-Top ist. Ja, weil sie einfach total abstrus ist. Ich glaube, so zusammengefasst geht es eigentlich darum, dass die Superhelden gar nicht so super sind, wie sie die Welt glauben machen wollen, dass sie Teil eines riesen Marketingkomplexes sind. Wie immer ist halt im Hintergrund ein riesiges Unternehmen, das auch nur seinen Interessen folgt und versucht, in die Politik einzuwirken, ins Weltgeschehen und dafür sind die halt da, also nicht für die Welt, sondern im Prinzip für ihre eigenen Interessen. Und genau, und da kommen die Boys ins Spiel, die das Ganze halt durchschauen und dem Ganzen halt entgegenwirken und beweisen wollen auch natürlich. Ja, die sich zur Aufgabe gemacht haben. Die zu stoppen. Den Superhelden, was natürlich nicht ganz so einfach ist, wenn man keine Superheldenkräfte hat, aber sie sind da sehr kreativ. Ja. Ja, es ist auf alle Fälle eine dicke Serienempfehlung. Wahnsinnsgeile Dialoge auch. Ja, zu euch bitte seid darauf gefasst, dass es halt keine Helden in strahlender Rüstung gibt in dieser Serie. Nein, und wie es halt vorne immer so schön heißt, die Serie ist ab 18, es gibt explizitiv die explizite Sex- und Gewaltdarstellungen, wobei so schlimm fand ich es jetzt nicht. Ja, es ist halt mittlerweile hat man sich ja schon dran gewöhnt, aber ja, sie ist jetzt nicht zimperlich, aber sie hat uns wahnsinnig gut unterhalten. Ganz im Gegensatz zu Preacher, finden wir The Boys grandios und ich hatte auch schon so zwei, drei Sammelbände von denen gelesen vor, ich wusste also, was da auf uns zukommt und ich finde es auch als Comic-Verfilmung oder als TV-Serie-Jung, finde ich es gelungen, sehr gelungen. Ja. Passt sehr gut. Serienadaption. Genau, TV-Serienadaption, Comic-Adaption, Serienadaption, whatever. Guckt es euch an, macht Spaß ohne Ende. Ja. Wir haben das ziemlich schnell durchgeguckt. Also wir haben, glaube ich, wirklich. An wenigen Tagen haben wir es durchgeguckt. Ja, wir haben Sonntag bis auf eine, weil da hätte, glaube ich, nur noch eine gefehlt und die haben wir dann am Montag geschaut. Also wir haben es fast an einem Stück durchgeschaut. Ja. Ja. Nun denn. Nun denn. Das war es dann von uns für heute. Wenn ihr uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Ihr könnt diese oder jede andere Folge kommentieren. Was ihr aber nicht macht. Ja, ab und zu. Na gut. Uns eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exkarmatio.de. Jo, das war es dann für heute. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hören uns vermutlich spätestens zuerst wieder. Ja. Und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.